Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial zum Thema Einkommenströme aufbauen, passives Einkommen, mehr Geld verdienen, besser investieren und besser sparen. In diesem fast zwei Stunden langen Tutorial möchte ich mit dir Schritt für Schritt an diese Themen rangehen und ich würde mich übrigens natürlich auch sehr freuen, wenn du einfach einen Kommentar hinterlassen könntest beziehungsweise wenn du irgendeine Frage hast, dann schreib sie einfach in die Kommentarsektion von diesem Video und ich werde dann deine Frage höchstpersönlich beantworten. Ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn du diesen Kanal abonnieren könntest gehe dazu einfach unter dieses Video und drücke auf Abonnieren. Übrigens in diesem Kurs werde ich auch nochmal über Themen zum Beispiel wie Dropshipping sprechen werde dir zeigen, wie du mit Dropshipping Geld verdienen kannst, mit ganz ganz vielen unterschiedlichen Wegen Geld verdienen kannst und ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn du dich in einen von meinen Kursen einschreiben könntest und bevor du jetzt sagst, mein Gott die kosten vielleicht hunderte von Euro, normalerweise tun sie das auch aber heute biete ich dir den Shopify Meisterkurs wirklich als Schnupperpreis an für 9,99€ das heißt du kannst dich in diesem Kurs, der ein Bestseller auf Udemy ist mit über 2679 Schülern über 350 Top Bewertungen, der Nummer 1 Kurs im deutschsprachigen Bereich zum Thema Shopify in diesem Kurs kannst du dich gerade einschreiben für 9,99€ und du hast sogar noch eine 30 Tage Geld zurück Garantie das heißt, wenn dir dieser Kurs nicht gefällt erhältst du selbst deine 9,99€ wieder und wie gesagt, keine Fragen werden gefragt 9,99€, wenn es dir wirklich nicht gefällt kriegst du dein Geld zurück du kannst dich aber nur in diesen Kurs einschreiben wenn du in die Videobeschreibung gehst dort befindet sich der Link zu diesem Kurs wo du ihn praktisch für 9,99€ kaufen kannst ich würde mich wirklich, wirklich freuen dich in diesem Kurs willkommen zu heißen wir haben jetzt bereits über 1000 Shopify Stores aufgebaut und ich glaube, wie gesagt, die Zahlen sprechen für dich sprechen für sich ich würde mich immens freuen, dich dabei zu haben aber jetzt wünsche ich dir noch ganz, ganz viel Spaß mit diesem Tutorial Im heutigen Tutorial soll es mal um Einkommensströme gehen und wie du dir Einkommensströme effektiv aufbauen kannst zuallererst nochmal Danke an alle Leute die bereits mit mir ein Coaching gebucht haben ich freue mich wirklich sehr über jedes Flipping Coaching das ich geben kann ich habe aber schon ein neues Konzept entwickelt und dieses Konzept ist jetzt wirklich darauf fokussiert euch noch mehr zu helfen und noch mehr euch beizubringen wie man denn eigentlich Geld online verdient weil das Gute ist, nicht nur Ralf hat jetzt schon Geld gemacht mit dem Flipping sondern eine zweite, dritte und vierte Person und das Schöne ist, was ich jetzt mit denen machen werde ist, ich werde noch ein bisschen abwarten bis sie vielleicht 500.000 oder vielleicht 1.500 oder was auch immer gemacht haben und anschließend dann kommen dann nochmal ein paar weitere Interviews für all die Leute, die jetzt zum Beispiel sagen okay, Flipping ist jetzt vielleicht doch nichts für mich oder zum Beispiel, die sagen Flipping könnte nur ein Einkommensstrom sein für all die habe ich gute Nachrichten ihr wisst, ich mache immer wieder Tutorials zum Thema Einkommensströme aufbauen, passives Einkommen und so weiter und so fort ich habe derzeit insgesamt 57 Einkommensströme und damit meine ich gröbere Einkommensströme zum Beispiel ein Einkommensstrom wäre Online-Kurse ein Einkommensstrom wäre zum Beispiel die eigene Akademie ein Einkommensstrom wäre zum Beispiel T-Shirt Business aber natürlich sind unter diesen Einkommensströmen noch ganz ganz viele Plattformen wie zum Beispiel im Bereich Online-Kurse publiziere ich natürlich auf Udemy ich habe früher auf Skillshare publiziert BitDegree zum Beispiel, Amazon Video Direct jetzt langsam auch Digistore und so weiter und so fort und dieser eine große Einkommensstrom der zu diesen 57 zählt ist natürlich nochmal extrem untergliedert in ganz ganz viele andere Einkommensströme ich habe haufenweise Unternehmensbeteiligung ich habe wie gesagt T-Shirts auf insgesamt glaube ich 12 Plattformen bei Stockfotos habe ich auch insgesamt Fotos auf ich glaube 8 oder 9 Plattformen oder zum Beispiel Icons die ich verkaufe PowerPoints die ich verkaufe und so weiter und so fort ich habe sogar einen Anhänger für kleine so einen Anhänger die man sich um den Hals hängen kann da habe ich ein Business für und für all die Leute die jetzt mit mir bereits ein Coaching gebucht haben ihr wisst ich habe so ein bisschen schon mal über das Thema mit euch Einkommensströme gesprochen habe ich schon mal so grob meine Einkommensströme vorgestellt aber mein neues Coachingprogramm macht das folgende ich zeige euch Schritt für Schritt wie ihr jeden einzelnen Einkommensstrom umsetzen könnt und diese Einkommensströme wie gesagt machen mir sehr sehr viel Geld in guten Monaten ich spreche sehr gern über Geld aber ungern über Zahlen in manchen Monaten bewege ich mich an die 100.000 Profit im Monat ran und ich habe wie gesagt absolut gar kein Startkapital gehabt für alle von diesen Businesses ich verspreche dir wenn du halt dieses Coaching buchst es sind insgesamt 57 Einkommensströme die ich dir erklären werde Schritt für Schritt du brauchst kein beziehungsweise nur sehr sehr wenig Startkapital zum Beispiel ich kann dir zeigen wie du ein ordentliches T-Shirt Business aufziehst und dafür brauchst du sehr wenig Startkapital ich kann dir zeigen wie du mit einem einzigen Design das du für 10 Euro bekommst dein gesamtes T-Shirt Business hochziehst so dass du einen ordentlichen Profit erwirtschaftest und anschließend dann weiter investieren kannst ich zeige euch wie man Online-Kurs erstellt und so weiter und so fort dieses Coaching ist 3 Stunden lang kostet 429 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer und wenn du dieses Coaching dir buchen möchtest dann schick mir einfach eine Nachricht an meine private E-Mail leon-shirt-gmx.de anschließend dann werde ich dir innerhalb von 24 Stunden antworten wir können dieses Coaching schon relativ bald machen ich bin zwar noch relativ ausgebucht bis zu ungefähr Mitte Januar aber ich kann nicht bestimmt irgendwo dazwischen quetschen also wenn du wirklich Interesse an diesem Coaching hast und wirklich gutes Geld verdienen möchtest wenn dein Ziel es ist Einkommensströme aufzubauen Online-Geld zu verdienen ich bin nicht hier um dir irgendwas zu versprechen ich kann dir einfach nur sagen dass all die Einkommensströme die ich aufgebaut habe ich bin jetzt kein Magier ich habe das auch einfach nur umgesetzt indem ich die richtigen Schritte gegangen bin und diese Schritte möchte ich auch dir beibringen für jeden einzelnen Einkommensstrom hast du auch nochmal eine komplette Seite also ich habe darüber nochmal ein Buch geschrieben mit 57 Seiten und auf jeder Seite findest du auch nochmal die besten Strategien für jeden einzelnen Einkommensstrom das ist in diesem Coaching für 429 Euro dabei und du kannst dann wirklich Schritt für Schritt alles umsetzen und ich bin mir so gut wie 100% sicher dass du bereits im ersten Monat das Geld raushaben wirst wenn nicht sogar schon nach vielleicht ein bis zwei Wochen realistisch gesehen übrigens in diesem Coaching-Programm ist natürlich auch die ganze Flipping-Geschichte drin das heißt du hast auch nochmal mit mir die Möglichkeit über Dinge wie Flipping zu sprechen das heißt wenn du dir jetzt sagst okay ich habe noch nicht mein Flipping-Coaching gebucht dann buche es doch zusammen mit diesem Coaching hier also für 429 Euro können wir dann über Flipping sprechen und die ganzen Einkommensströme kommen wir aber zum heutigen Thema von diesem Video nämlich wie baut man eigentlich effektiv einen Einkommensstrom auf ich kann dir hier wie gesagt noch nicht besonders viel verraten was ich mache ist ich werde dir die grundlegenden Tipps geben die du brauchst oder die du verstehen musst um einen Einkommensstrom aufzubauen dass du irgendwann mal vielleicht bei 57 Einkommensströmen bist übrigens ich baue das Ganze immer weiter aus das heißt ich stoppe nicht bei 57 Einkommensströmen ich werde höchstwahrscheinlich bald bei mehreren hundert sein und das wie gesagt ist mein Ziel weil ich viele Einkommensströme mir anschaue aufbaue, outsource und danach habe ich keine weitere Arbeit und die Einkommensströme generieren mir Geld genau deswegen bin ich immer daran interessiert möglichst viele Einkommensströme aufzubauen kommen wir zuallererst zu den unterschiedlichen Arten von Einkommensströmen natürlich die erste Art von Einkommensströmen ist ein aktiver Einkommensstrom das heißt du musst durchgehend Arbeit leisten um diesen Einkommensstrom aufrecht zu erhalten zum Beispiel könnte man sagen dass ein Angestelltenverhältnis ein aktiver Einkommensstrom ist weil du in den meisten Angestelltenverhältnissen jeden Tag beziehungsweise zumindest sagen wir mal einmal die Woche, zweimal die Woche, dreimal die Woche, viermal die Woche fünf, sechs oder siebenmal die Woche zu arbeiten musst und ein aktiver Einkommensstrom an sich ist meines Erachtens nicht schlechtes wenn du halt genug Geld bekommst zum Beispiel ich gebe sehr sehr viele Coachings und für mich lohnt sich das Ganze wenn ich zum Beispiel pro Tag sagen wir es mal sechs, sieben Stunden Coaching gebe bei dem Preis den ich nehme sind das 1500 Euro, die ich ungefähr am Tag extra mache zum Beispiel jetzt bis zum kommenden Januar habe ich meistens sechs bis sieben Coachings am Tag das sind 1500 extra pro Tag das sind 45.000 extra im Monat und das wie gesagt lohnt sich absolut für mich es ist natürlich sehr viel Arbeit ich investiere extrem viel Arbeit, extrem viel Zeit in das Coaching damit kann ich aber auch vielen Leuten helfen und zur selben Zeit kann ich natürlich auch gutes Geld verdienen das heißt ein aktiver Einkommensstrom ist sinnvoll wenn er dich gut genug bezahlt wenn der aktive Einkommensstrom nicht profitabel genug ist dann wie gesagt ist es vielleicht nicht sinnvoll einen aktiven Einkommensstrom zu haben beziehungsweise nach einem anderen aktiven Einkommensstrom Ausschau zu halten dann die zweite Art von Einkommensstrom ist natürlich ein passiver Einkommensstrom und diese Einkommensströme sind sagen wir es mal so das Wort passiv ist immer nicht so 100% korrekt es müsste heißen passiv ab nämlich wenn ich zum Beispiel Arbeit leiste und anschließend dann nicht mehr Arbeit leiste und weiterhin Produkte habe die zum Beispiel auf einem Online Marketplace wie zum Beispiel Spreadshirt hochgeladen worden sind oder Udemy oder Skillshare oder zum Beispiel jetzt Shutterstock oder was auch immer wenn ich erstmal die Arbeit geleistet habe und dann verkaufen sich meine Produkte über einen bestimmten Marktplatz dann natürlich ist das passives Einkommen weil dann das Geld passiv reinkommt aber zu sagen okay ich will einen passiven Einkommensstrom ohne Zeit oder Geld zu investieren ist unmöglich es ist tatsächlich nicht möglich deswegen sagen wir es mal so passives Einkommen ist definitiv möglich es ist definitiv möglich dass du Arbeit leistest und danach wird dir praktisch jeden Mord Geld ausgezahlt ich meine deswegen kann ich zum Beispiel so viele Coachings geben weil die meisten von meinen Einkommensströmen komplett passiv sind zum Beispiel mein Online-Kurs sind passiv meine Akademie ist passiv mein T-Shirt-Business ist passiv meine Stockfotos sind passiv und so weiter zum Beispiel meine PowerPoint-Designs meine Icons was noch ja meine Kurskooperationen sind passiv ich habe haufenweise Firmenbeteiligungen Investments ich bin REITs investiert und so weiter und so fort also all das so Sachen da kommt passiv Geld rein du kannst dir aber nur einen passiven Einkommensstrom schaffen natürlich indem du erstmal irgendeine Arbeit geleistet hast oder indem du Geld investiert hast und das bringt uns auch schon zum dritten Punkt nämlich passives Einkommen oder passives passiven Einkommensstrom durch ein Investment also du investierst Geld zum Beispiel in ein Finanzprodukt sagen wir mal es ist ein ETF vielleicht investierst du sagen wir mal in ja in den World Index oder was auch immer oder du investierst sagen wir mal in iShares oder all solche Dinge dann ist es natürlich ein passives Einkommen solange überhaupt dieses Finanzprodukt im Wert steigt über einen bestimmten Zeitraum dann wie gesagt ist es ein passives positives Einkommen du kannst natürlich auch das würde ich jetzt nicht passiv negatives Einkommen bezeichnen du kannst natürlich auch Verluste machen aber sagen wir es mal so historisch gesehen ist es in den meisten Fällen so dass du tatsächlich in den meisten Jahren wenn du investierst Geld verdienst und nur in wenigen Jahren Geld verlierst wenn du diese Jahre abpassen kannst wenn du merkst okay hier ist eine Finanzkrise hier könnte tatsächlich das ganze in den Bach runtergehen wie zum Beispiel jetzt derzeit deswegen bin ich habe ich sehr sehr viel Cash beziehungsweise habe auch sehr sehr viel in Gold und so weiter investiert habe auch Diamanten und so weiter jetzt gekauft weil ich einfach der Meinung bin oder sagen wir es mal so weil ich denke dass relativ bald die nächste Wirtschaftskrise kommt und ich nicht besonders viel in Anführungsstrichen Geld haben möchte im Sinne von dass ich nur eine einzige Währung habe zum Beispiel was immer relativ sicher ist das ist wie gesagt relativ ist solche Dinge wie zum Beispiel Gold oder zum Beispiel Landwirtschaftsprodukte all solche Dinge sind meistens sehr steigen in sag ich jetzt mal im Wert in der Wirtschaftskrise oder sind davon nicht betroffen zum Beispiel nehmen wir an ich investiere in eine Wasabi-Plantage was ich übrigens getan habe dann natürlich ja der Wasabi wird jetzt nicht im Preis steigen oder fallen nur weil irgendwo die Aktien runtergehen oder weil die Märkte runtergehen nie und nimmer vielleicht macht das Unternehmen weil sie einen geringen Absatzmarkt hat ein bisschen weniger Geld aber schlussendlich kriege ich dennoch meine Dividenden zum Beispiel jetzt in meinem Falle ich habe sehr viel Geld in eine Wasabi-Firma investiert habe denen praktisch eine Hypothek gegeben die zahlen mir 5% pro Jahr solange die nicht insolvent gehen kriege ich meine 5% gerade weil ich ein relativ großer Investor bin in der Firma und deswegen selbst wenn sie insolvent gehen sollten bin ich einer der ersten der ausgezahlt wird also so oder so erhalte ich halt mein Geld und durch so einen passiven Einkommensstrom kannst du natürlich auch in Zeiten von Krisen bei manchen Einkommensströmen sicherstellen dass du weiterhin gutes Geld verdienst zum Beispiel ich bin mir auch etwas unsicher weil ich ja 2008 während der 2007 2008, 2009 nicht unternehmerisch tätig war also während der letzten Wirtschaftskrise ich bin nicht sicher wie zum Beispiel Online-Kurse sich in einer Wirtschaftskrise verhalten ich möchte jetzt dazu keine Voraussage geben aber ich denke jetzt einfach mal dass es keinen großen Unterschied macht weil meine Produkte meistens sehr billig angeboten werden und auch in der Wirtschaftskrise können Leute für 10 Euro sich einen Kurs leisten genau dann welche Merkmale muss ein guter Einkommensstrom haben zuallererst natürlich dein Einkommensstrom muss umsetzbar sein wenn du zum Beispiel sagst okay ich würde gerne Stockfotos produzieren dann musst du natürlich auch Fotos schießen können beziehungsweise du musst jemanden haben der Fotos schießen kann und du brauchst Models und so weiter und so fort und du brauchst einen Ort wo du fotografierst wenn du aber jetzt zum Beispiel sagst also zum Beispiel Stockfotos sind definitiv umsetzbar auch wenn du selbst keine Fotos schießen kannst aber nehmen wir zum Beispiel an du sagst jetzt okay ich würde gerne Künstler werden und meine Fotos oder meine nicht meine Fotos meine Bilder verkaufen und du möchtest es keinesfalls von einer anderen Person machen lassen dann natürlich hast du ein Problem du musst malen können deswegen ein Umsatz ein Einkommensstrom muss umsetzbar sein wenn du deinen Einkommensstrom nicht umsetzen kannst dann solltest du darin auch keine darin keine Zeit investieren du wirst nicht glauben was ich alles für eigenartige Einkommensströme habe ich verkaufe Anhänger ich verkaufe Schuhe ich verkaufe alle möglichen Dinge obwohl ich zum Beispiel nie einen Schuh produziert habe ich habe noch nie einen Schuh selbst zusammengezimmert ich habe kein Faible für Schuhe aber dennoch verkaufe ich sie ich habe noch nie in meinem Leben glaube ich eine Kette ich habe noch nie eine Kette gekauft in meinem ganzen Leben ich verkaufe dennoch Anhänger wenn du den Einkommensstrom umsetzen kannst ist das gut wenn du dich mit dem Einkommensstrom nicht besonders auskennst aber du weißt wie man solche Produkte verkauft super mach es aber wenn du es nicht umsetzen kannst und du weißt nicht wie man es verkauft dann geh bitte nicht in diesen Einkommensstrom rein fokussier dich nicht auf dem dann das zweite der zweite Punkt wenig Kapitalaufwand hohe Margin das ist immer eine Sache die ich euch vorschlagen werde weil nämlich ich bin eine Person die grundsätzlich kein Geld ausgibt zum Beispiel für mein ganzes Business habe ich vielleicht laufende Kosten und halte euch fest von vielleicht sagen wir mal 200 Euro 150 Euro mein gesamtes Business hat Ausgaben von 150 Euro pro Monat und in guten Monaten wie gesagt gehe ich jetzt an die 100.000 Profit ran also du musst nicht unbedingt viel Geld investieren damit du auch gute Summen zurück bekommst also du musst wirklich wirklich nicht viel Geld investieren du kannst ohne Kapitalaufwand mit wenig Kapitalaufwand deine Business starten zum Beispiel Online Kurse das einzige was ich mir gekauft habe um meine Online Kurse zu produzieren ist ein Mikrofon ich hatte früher meine ganzen Online Kurse auf einem Macbook aufgenommen den hatte ich wie gesagt schon vorher du kannst auch deine Online Kurse auf einem Lenovo aufnehmen oder auf einem weiß ich nicht anderen PC du musst nicht unbedingt jetzt viel Geld investieren das einzige ist vielleicht dass man mal in ein Mikrofon investieren sollte das sind kleine Investments wenn du ein billiges Mikrofon dir kaufst was ich normalerweise nicht vorschlage oder nicht empfehle weil die meisten eine schlechte Audioqualität haben kannst du auch schon mit vielleicht 60, 70 Euro dabei sein wenn du dir ein gutes kaufen möchtest das dennoch relativ günstig ist zum Beispiel das Blue Yeti Mikrofon kostet ein Hunni das sind deine einzigen also 120 das sind deine einzigen Ausgaben danach kannst du professionelle Kurse produzieren und zack du kannst damit Geld verdienen oder zum Beispiel solche Dinge wie T-Shirts da kannst du übrigens nur ein einziges Design erstellen und ich zeige dir wie das geht und anschließend dann immens skalieren und hunderte Designs produzieren also du musst nicht unbedingt viel Geld ausgeben ich schwöre dir wenn wir halt dieses Coaching zusammen machen ich zeige dir wie du fast alle von diesen Einkommensströmen ohne Geld umsetzen kannst du musst wirklich kaum Geld investieren wenn du ein Laptop besitzt genau dann oder ein Computer dann drittens kann man skalieren und das letzte sollte übrigens viertens heißen also nicht drei und drei sondern drittens also kann man skalieren du solltest einen Einkommensstrom dir aufbauen wo man wirklich sagt okay den kann ich auch größer machen zum Beispiel ein T-Shirt Business kann ich skalieren ein Online sagen wir mal Fotobusiness kann ich skalieren Online Kurs Business kann ich skalieren eine Akademie kann ich skalieren zum Beispiel ein Coaching kann ich nicht wirklich skalieren das macht aber auch nichts weil es nicht ein passiver Einkommensstrom ist es ist ein aktiver Einkommensstrom und dieser aktive Einkommensstrom zahlt mir genug so dass es mich nicht interessiert dass dieser Einkommensstrom nicht skalierbar ist nehmen wir zum Beispiel mal an ich habe einen Einkommensstrom den ich skalieren kann auf 10.000 Euro im Monat und ich sehe haha den kann ich skalieren super ich kriege ihn auf 10.000 im Monat aber ich mache mir beim Coaching Programm das ich nicht skalieren kann 45.000 im Monat also natürlich ist es dann viel viel sinnvoller das Coaching Programm weiterzuführen dann natürlich viertens kann man automatisieren es ist immer gut wenn man ein Coaching Programm zum Beispiel auch automatisieren kann indem man das indem man Mentoren anstellt oder was auch immer aber ich spreche jetzt eh hier von zum Beispiel von einem sagen wir mal Online Kurs Business dass du eine Person hast die sich dann um Schülerfragen kümmert oder die zum Beispiel sagen wir es mal Kurse produziert oder bei einem Online Fotobusiness das Fotos schießt und diese hochlädt und so weiter und so fort und sich diese ganzen Dinge kümmert das ist immer eine gute Sache sein Business zu automatisieren sagen wir es mal so ich bin in diesem Bereich bisher etwas inaktiv gewesen ich habe einige Teile von meinem Business automatisiert aber ich mache noch erstaunlich viel tatsächlich selbst und dann der vierte Punkt nämlich wie gehe ich denn eigentlich an die Umsetzung ran wie baue ich mir einen Einkommensstrom auf das denke ich mal ist extrem wichtig und darüber sollten wir jetzt nochmal sprechen zuallererst die erste Frage ist wie verdiene ich mit diesem Einkommensstrom denn eigentlich Geld zum Beispiel jetzt bei Online Kursen und das ist immer so eine Sache viele Leute sagen naja indem ich zum Beispiel das Produkt verkaufe ich mache einen Online Kurs und dann verkaufe ich den das ist wie ich damit Geld verdiene und ich sage immer nein das ist es nicht weil wie verkaufst du den Kurs sei extrem spezifisch wie gehst du an den Markt ran an wen verkaufst du wer ist deine Zielgruppe welche Verkaufsstrategien hast du was ist der Verkaufsanker also warum sollten Leute kaufen was ist der also Unique Selling Point die USP und so weiter und so fort wie vermarktest du das Ganze so dass es auch im Long Term dir Geld bringt und so weiter und so fort natürlich kann man mit dem Einkommensstrom kann man drauf zeigen und sagen ha ich verkaufe deinen Kurs so kann ich Geld verdienen oder bei einem T-Shirt da lade ich die einfach hoch und irgendwann wird sich schon ein Zähler geben das ist alles legitim bloß du musst halt einfach spezifisch sein damit du wenn du in Einkommensstrom reingehst und auf dich den fokussierst dass du dann auch wirklich weißt okay die Zeit die ich investiere die Arbeit die ich investiere wird eines Tages auch ja wird Früchte tragen damit werde ich eines Tages mal Geld verdienen zum Beispiel jetzt bei Online Kursen würde ich mal sagen wie viele Kurse brauche ich denn eigentlich was wirft denn ein Durchschnittskurs auf einer bestimmten Plattform ab ist es eher sinnvoll viele große Kurse zu produzieren oder viele kleine Kurse zu produzieren oder macht es Sinn wenige große Kurse zu produzieren und sich nur auf eine bestimmte Nische zu fokussieren macht es Sinn vielleicht eher breit zu gehen und so weiter und so fort lohnen sich eher kurze Kurse lange Kurse sollte die Produktionsqualität hoch sein oder muss das gar nicht so hoch sein wie hoch zum Beispiel ist der Durchschnittsverdienst für einen Kurs wie vermarkte ich diesen Kurs wie kann ich auf der Plattform auf der ich publiziere besser ranken sodass ich möglichst viel organischen Traffic bekomme und so weiter und so fort du musst ein Experte in deinem Einkommensstrom werden damit du auch mit diesem Einkommensstrom Geld verdienen kannst sei extrem spezifisch geh an Sachen ran mit einem genauen Plan und dann wirst du auch die Dinge so umsetzen können dass sie dir Geld bringen oder dass sie dir Geld verdienen genau deswegen sage ich immer bucht euch dieses Coaching 429 sorry ist wirklich nichts ich zeige euch 57 Einkommensströme die ihr alle umsetzen könnt schon allein mit Online-Kursen was ich euch übrigens auch in Kurzform zeige könnt ihr diese 429 schon easy im ersten Moment wieder rausholen dann zweitens wie erreiche ich denn eigentlich mein Einkommensziel zum Beispiel wie viele Kurse muss ich produzieren um 1000 Euro zu machen wie viele Kurse muss ich produzieren um 5000 Euro zu machen wie viele Kurse muss ich produzieren um 25.000 Euro zu machen und so weiter und so fort das heißt du brauchst ein Einkommensziel und dann brauchst du auch eine exakte oder möglichst genaue Strategie wie du dort hinkommst zum Beispiel als ich angefangen hatte mit Online-Kursen wusste ich wenn ich einen Kurs auf Udemy publiziere wenn das auch nur ein kurzer Kurs ist schaffe ich es davon so viele zu verkaufen dass ich damit 1000 Euro im Jahr mache das wie gesagt war mein absolutes Minimum heute sage ich ein Durchschnittskurs also das absolute Minimum sollte 3.000 bis 4.000 Euro pro Jahr sein pro Kurs und ich wusste damals okay 1000 pro Jahr gut wie viele Kurse muss ich produzieren um 100.000 zu machen klar ich muss 100 Kurse produzieren also 365 durch 100 ist 3,65 das heißt ich muss alle circa 3,5 Tage muss ich einen Kurs machen und so habe ich mir das eingeteilt habe gesagt okay ich mache nicht nur alle 3,5 Tage einen Kurs ich mache jeden Tag einen Kurs damit ich halt nach einem Jahr 365.000 habe und dann habe ich halt das ganze Jahr das habe ich während meines Abis sogar schon gemacht habe ich von morgens bis abends wenn ich nicht in der Schule war ich habe in der Schule auch in der Mittagspause habe ich produziert produziert alle Leute die mich kennen wissen dass ich zum Beispiel in der Schule immer mein großes Mikrofon dabei hatte ich habe so ein so ein großes Mikrofon mitgeschleppt damit ich auch zum Beispiel in der Mittagspause die bei uns ziemlich lang war produzieren kann in 5 Minuten Pausen habe ich mehr Kurscontent produziert und so hatte ich halt schon während der Oberschule ich glaube mehr als 150.000 gemacht und ich denke mir immer das ist alles nicht unmöglich du musst halt einfach nur gewillt sein viel zu arbeiten weil irgendwann wenn du genügend Kurse hast und genug Rankst und eine Fanbase hast irgendwann verkaufen sich die Kurse oder verkaufen sich deine Produkte fast wie automatisch dann drittens welche Strategien existieren mit denen ich meine Produkte effektiver verkaufen erstellen und vermarkten kann fokussiere dich auf diese drei unterschiedlichen Faktoren verkaufen erstellen vermarkten wie kann ich möglichst schnell möglichst gut oder möglichst viel produzieren wie verkaufe ich diese Produkte an wen verkaufe ich sie wer ist meine Zielgruppe und anschließend dann wie vermarkte ich das Ganze wie kriege ich Leute tatsächlich dazu von mir zu kaufen all die Leute die sich nicht mit Sales Funnels auskennen es gibt aber den TOTF das ist der Top of the Funnel den MOTF Middle of the Funnel und BOTF das ist Bottom of the Funnel beim Top of the Funnel weil das ist hier relativ wichtig da geht es eigentlich nur darum woher kriegst du Traffic woher kriegst du Traffic ist der Top of the Funnel dann MOTF Middle of the Funnel was genau machst du mit diesem Traffic wie schaffst du es Leute dazu zu bringen das Produkt kennenzulernen und sich von diesem Produkt zu überzeugen und dann Bottom of the Funnel ist wie kriegst du Leute dazu das Produkt zu kaufen fokussiere dich auf diese drei Bereiche und versuche erstmal herauszufinden woher kriege ich Aufmerksamkeit woher kriege ich Traffic zum Beispiel für mein Coaching Programm wusste ich ganz genau dafür werde ich YouTube nutzen und ich werde weiterhin höchstwahrscheinlich so gut wie jeden Tag wenn ich Zeit habe YouTube Tutorials machen weil es halt eine sehr sehr gute Einnahmequelle ist weil ich vielen Leuten helfen kann und damit natürlich auch mein Business vergrößere anderen Leuten dazu verhelfen Online Business aufzubauen Geld zu verdienen und wenn die Geld durch meine Strategien verdienen wenn die immer wieder und wieder buchen ich habe zum Beispiel Leute die haben bei mir 5, 6, 7, 8 Mal schon ein Coaching gebucht und das ist natürlich für mich eine geniale Einnahmequelle und für diese Leute ist das genial weil sie immer wieder Informationen bekommen die sie verwenden können um damit noch mehr Geld zu verdienen und das wie gesagt will ich für jeden von euch deswegen biete ich diese Coaching Programme an deswegen nehme ich nicht tausende von Euro weil meine Strategie ist euch auch zu Kurskunden zu machen das heißt dass ihr Kurse kauft von mir dass ihr glücklich seid über das was ich euch beibringe und vor allen Dingen dass ihr wieder und wieder bucht weil mir geht es wirklich darum euch zu helfen und natürlich aber auch mir selbst Einkommen aufzubauen dann nochmal hinsichtlich TOTF MOTF und BOTF fokussiere dich wirklich darauf woher kriegst du Aufmerksamkeit woher kommt Traffic wie kannst du diesen Traffic generieren dann was machst du mit denen hast du eine E-Mail-Serie telefonierst du mit den Leuten schreibst du mit ihnen auf Facebook all diese Dinge können so kleine Sachen sein die einen Unterschied machen und dann geht es wirklich nochmal ja geht es nochmal darum wie genau kannst du an die Leute verkaufen zum Beispiel in meinem Falle ich sage immer in meinen YouTube Tutorials Buch das Coaching Buch das Coaching Buch das Coaching irgendwann machen es die Leute auch und dasselbe ist zum Beispiel und das ist so das möchte ich jetzt nicht als bestes Beispiel nehmen aber zum Beispiel diese Straight Line Selling Methode von Jordan Belfort also praktisch dem Wolf of Wall Street der auch praktisch sagt versuche den Verkauf so schnell wie möglich zu tätigen das heißt versuche eine Person von A nach B zu bringen aber versuche sie vor allen Dingen auch sobald du sie kennenlernst also versuche an sie zu verkaufen dass du sofort deine Position als Experte klar machst und anschließend dann sagst du ich kann dir helfen ich habe ein geniales Programm buch doch dieses Programm und wenn die Leute sich nicht dafür entscheiden ist das auch vollkommen okay ich respektiere das aber wenn sie meinen Content weiter konsumieren werden sie halt immer wieder diese Nachricht bekommen buche das Coaching buche das Coaching buche das Coaching und so weiter und so fort und dann natürlich auch der vierte Punkt welche Kosten entstehen denn eigentlich für mich welche Kosten habe ich um mein Business am Laufen zu halten ich kann jetzt zum Beispiel mal sagen ich habe derzeit folgende Kosten ich muss mir die Software Biteable kaufen die habe ich um so ein paar kleine Designs zu machen die kostet 8 Dollar im Monat ich habe noch den alten Plan wenn ihr jetzt auf die Seite geht kostet es 23 Dollar pro Monat ich habe Teachable da habe ich den 99 Euro Plan oder Quatsch ich glaube ich habe sogar den 39 Euro Plan das heißt 47 Euro sind da schon was habe ich noch für Kosten naja ich habe sonst noch ach ja Photoshop habe ich noch das kostet ein Szena dann habe ich noch Free Pick das ist eine Plattform wo ich Designs her bekomme das kostet auch nochmal ein Zehner da oder sogar noch weniger ich habe es für 40% Kosten günstiger bekommen ich glaube 5er kostet es ungefähr oder 6 Euro kostet es ungefähr und wo bin ich da vielleicht bei 60, 70 Euro sagen wir 70 Euro und dann kommen nochmal hier und da so kleine Sachen hinzu also ich habe wirklich vielleicht Kosten von einem 100er im Monat oder 150 Euro oder so weil ich halt vor allen Dingen über Plattformen publiziere weil ich Kooperation starte weil ich immer probiere möglichst ja Produkte auf smarten Wegen zu verkaufen und ich investiere übrigens so gut wie gar kein Geld in Ads ich habe früher sehr sehr viel Facebook Werbeanzeigen geschaltet habe viel in diesen Bereich investiert habe aber herausgefunden dass ich es eigentlich ja nicht unbedingt brauche in den meisten Fällen und das wie gesagt das ist immer meine Strategie versuche ich einen Weg zu finden wo ich kein Geld investieren muss weil das Geld das ich habe das soll auch meins bleiben ich versuche immer dann einen smarteren Weg als Ads zu finden zum Beispiel Kooperationen starten Accelerator Programme aufbauen eine Art sagen wir mal Plattformen zu bauen wo dann zum Beispiel Affiliates integriert werden und so weiter und so fort das heißt ich fokussiere mich nicht darauf jetzt 1000 Split-Tests zu machen und eine gute Ad herauszufinden auch wenn ich zu dem Thema natürlich Kurse mache weil ich grundsätzlich sagen wir es mal so nicht unüberzeugt bin von Ads aber weil ich Wege gefunden habe die noch effektiver sind als Ads da muss man wie gesagt ein bisschen um die Ecke denken zum Beispiel Wege finden wie man haufenweise Affiliates generiert zum Beispiel bei vielen Online-Kongresse wo ich ja Interviews gebe generiere ich haufenweise Affiliates Leute die sich bei mir melden die ich alle integriere versuche über YouTube-Kanäle auch mit 200-300 Klicks kann ich mir da ein Einkommen von 10.000, 15.000, 20.000 pro Monat aufbauen in den meisten Fällen tatsächlich sogar mehr und das Geld wie gesagt kommt durch Kursverkäufe rein kommt durch Coachings rein und das wie gesagt ist auch nochmal so eine Strategie die ich euch auf jeden Fall mitgeben kann dann fünftens wann und wie kann ich meine Einkommensströme automatisieren und outsourcen das Outsourcen von einem Einkommensstrom kann manchmal ein bisschen tricky sein weil du vor allen Dingen natürlich nur Einkommensströme outsourcen kannst die du nicht weiter skalieren möchtest nehmen wir es zum also du könntest theoretisch auch ja sagen wir mal Einkommensströme outsourcen die du weiterhin skalieren möchtest aber von der Person skalieren möchtest mit der du es outsourcest bloß was dumme ist gerade so im outsourcigen Bereich hast du Leute die eher managen und die nicht unbedingt aufbauen sagen wir es mal so du kannst natürlich auch einen Einkommensstrom weiter aufbauen indem du zum Beispiel Mitarbeiter einstellst oder halt Freelancer einstellst aber oft habe ich persönlich das Gefühl dass der Freelancer oder Mitarbeiter einfach nicht so gut ist wie ich weil das halt mein Steckenpferd ist und ich die andere Person anlernen muss und dennoch haben viele Leute nicht unbedingt den Sinn für Qualität beziehungsweise haben vielleicht auch einfach nicht den Durchblick durch eine bestimmte Materie wo zum Beispiel ich im Bereich Online-Kurse jetzt dreieinhalb Jahre mit verbracht habe da wie gesagt das ist einfach Erfahrung die kann ich schlecht beibringen genau dann sechstens kann ich mein Wissen über diesen Einkommensstrom weitergeben und damit Geld verdienen zum Beispiel meine YouTube Tutorials ich mache die natürlich um euch Dinge beizubringen weil ich einfach glaube dass es zu viel Content auf YouTube gibt der relativ dünn ist vom Content her der nicht viel Fleisch an Rippen hat wo man sagt okay das schaue ich mir an habe aber nicht wirklich viel gelernt und natürlich ist war auch der wirklich wichtige oder der Hauptpunkt dahinter dass ich Leute für meine Kurse versuche zu bekommen dass ich versuche Coachings zu verkaufen dass ich probiere Leute meinen Accelerator reinzukriegen immer natürlich mit dem Hintergedanken dass ich euch extreme Qualität liefere weil das ist wie gesagt immer mein Ziel ich möchte euch Qualität liefern wenn ich irgendwann mal mit meinem eigenen Produkt nicht zufrieden bin dann veröffentliche ich dieses Produkt erst gar nicht zum Beispiel ich weiß dass ich dieses Tutorial hier veröffentlichen werde weil ich damit zufrieden bin es gibt aber andere Tutorials die habe ich wirklich komplett abproduziert wo ich gesagt habe die gefallen mir nicht die werde ich nicht veröffentlichen und die liegen bei mir immer noch auf meiner Festplatte und die werden auch nie veröffentlicht da habe ich mir eine Stunde Zeit investiert und ich wusste gut die sind es einfach nicht wert die möchte ich nicht veröffentlichen wenn du aber nun zum Beispiel sagst okay ich weiß etwas richtig gut dann gib dieses Wissen weiter glaub mir es wird dein Leben verändern wenn du jetzt zum Beispiel Outsourcing betreiben möchtest dann wie gesagt kann ich dir nur empfehlen einen Virtual Assistant anzustellen das heißt eine Person die für dich Arbeit tätigt da gibt es zum Beispiel Plattformen wie Upwork oder Freelancer oder für kleinere Dinge Fiverr da gibt es toll Leute die gute Arbeit leisten die ich dir ja wirklich nur empfehlen kann und wenn du halt ein bisschen dein Business outsourcest hast du vielleicht Zeit neue Einkommensströme kennenzulernen bei mir ist es so ich bin absoluter Workaholic ich selbst in meiner 5 Minuten Pause in der Schule habe ich gearbeitet jetzt ist es so selbst in meinen 10 Minuten Pausen zwischen meinen Coachings versuche ich immer nochmal neue Einkommensströme aufzubauen versuche neue Wege zu finden smarter zu arbeiten mehr vielleicht sogar zu arbeiten und so weiter und so fort solche Plattformen wie Upwork und Freelancer haben mir extrem geholfen zum Beispiel wenn ich selbst mir beibringen müsste wie ich ein T-Shirt Design mache dann hätte ich wahrscheinlich jetzt nicht ein T-Shirt Design auf diesen ganzen Plattformen aber indem ich halt meine T-Shirt Designs überhaupt Workoutsourcen lasse kann ich halt so extrem viele produzieren ohne dass ich immens viel Zeit investieren muss ich möchte bevor wir das Ganze nun hier beenden und dieses Video beenden würde ich gerne ja nochmal 5 Tipps geben zum Aufbau von einem Einkommensstrom der erste ist natürlich sei schnell wenn du deinen Einkommensstrom aufbaust ich kenne zu viele Leute die zu viel Zeit damit verbringen Dinge zu überdenken beziehungsweise es gibt natürlich auch viele Leute die einfach dann sich erstmal alles mögliche zusammensuchen alle möglichen Informationen manchmal ist es sinnvoller einfach sich ein Coaching zu buchen und zu sagen gut dann werfe ich halt einfach mal dann investiere ich einfach mal zum Beispiel in meinem Fall jetzt 429 Euro in Coaching für 3 Stunden was natürlich viel Geld für mich ist aber dann kriege ich zum Beispiel wie in meinem Fall ein E-Buch wo alle Strategien draufgeschrieben sind 3 Stunden wo ich dir erkläre wie jeder einzelne Einkommensstrom funktioniert dann kann ich alle Strategien die bereits funktionieren wo Leute die ausgetestet haben verwenden für mich selbst kann damit Geld verdienen und zack habe ich dann wie gesagt meinen eigenen Einkommensstrom und habe das Geld das ich fürs Coaching ausgeben habe sofort wieder raus oder sehr sehr schnell wieder raus wenn ich aber zum Beispiel ein halbes Jahr damit verbringe das Ganze zu überdenken die ganzen Strategien herauszufinden dann wie gesagt kann es sein dass du nie wirklich auf so einen grünen Ast kommst oder vielleicht vergoldest du einfach deine Zeit und lässt dann das Ganze wieder liegen weil du einfach nicht die richtige Strategie gefunden hast oder einfach nicht quantitativ auch gut warst und das bringt uns gleich auch zum nächsten Punkt nämlich zweitens Qualität und Quantität ich versuche immer quantitativ extrem stark zu arbeiten das heißt dass ich extrem viel publiziere extrem viele Coachings gebe extrem viel Werbung mache und so weiter und so fort weil einfach und das muss man ehrlich sagen es hat bisher für mich immer am besten funktioniert zum Beispiel wenn eine Person nur ein YouTube Video am Tag hochlädt dann hat es natürlich auch nur eine einzige Möglichkeit Werbung zu machen Wissen weiterzugeben wenn ich aber zwei oder drei am Tag mache kann ich natürlich auch noch viel mehr Leuten helfen oder kann viel mehr Coachings verkaufen wenn ich nun zum Beispiel einen Videokurs im Monat mache habe ich halt auch nur einen einzigen Kurs der mir Geld macht wenn ich einmal einen am Tag mache und lerne wie man in sehr kurzer Zeit sehr gute Produkte erstellt dann wie gesagt kann ich in einem Monat 30 Produkte machen und die Person die 30 Monate braucht um diese Anzahl an Kursen zu erstellen also praktisch fast drei Jahre oder zweieinhalb um genau zu sein ich kann das machen in einem einzigen Monat ich verbringe 30 Tage und mache das was Leute in zweieinhalb Jahren tun und ich habe auch schon manche Tage gehabt da habe ich zwei Kursen am Tag publiziert da arbeite ich halt 18 Stunden wenn ich zwei, drei Stunden Kurse erstellen möchte dann kann ich halt für jeden Kurs sechs Stunden zum Produzieren also um drei Stunden Content sage ich jetzt mal rauszukriegen also sechs Stunden Vorbereitung drei Stunden direkt abfilmen und Content haben und wenn ich 18 Stunden halt investiere kann ich halt zwei Kurse an einem Tag produzieren man muss halt bloß gewillt sein diese Zeit zu investieren das heißt Qualität und Quantität muss nicht unbedingt im Gegensatz zueinander stehen du kannst quantitativ arbeiten und dennoch Qualität liefern du musst bloß schnell sein und vor allen Dingen musst du die richtigen Strategien haben und du musst wissen wie Dinge funktionieren und das bringt uns zum dritten Punkt nämlich lerne von Leuten die bereits den Einkommensstrom umgesetzt haben als ich mit Online-Kursen angefangen habe da weiß ich noch da habe ich eine Person gefunden die hieß Benjamin Wilson die ist immer noch auf Udemy und der hat zwar seit Ewigkeiten keine Kurse mehr publiziert aber der war damals in der Zeitung weil der praktisch ich glaube 200.000 Euro mit irgendwie fünf Kursen gemacht hat und ich dachte mir mein Gott wie kann man so viel Geld mit so wenig Kursen machen und den hatte ich angeschrieben und er meinte du Leon ich finde dich nett ich schicke dir jetzt einfach mal meine Masterclass zum Thema Kurse erstellen vorbei und die habe ich mir angeschaut und dachte mir okay cool jetzt weiß ich das jetzt habe ich alle Strategien von der Person jetzt setze ich die um und natürlich muss ich heute sagen natürlich sind da hunderte neue Strategien hinzugekommen aber diese Informationen am Anfang zu bekommen war absolut Gold für mich wert wenn ich nie diesen Zeitungsartikel gefunden hätte wäre ich wahrscheinlich auch nie auf Udemy gelandet hätte ich nie mit Online-Kursen begonnen und ich kann gar nicht sagen wie unfassbar dankbar ich Benjamin Wilson bin ich habe nie wieder mit dem geschrieben ich habe nur ein einziges Mal vielleicht mit dem ja fünf Nachrichten ausgetauscht habe gesagt du Benjamin ich finde dich total klasse habe gesehen du machst Kurse kann man von dir irgendwie lernen und er meinte du ich gebe dir sogar weil ich dich nett finde meinen Online-Kurs umsonst schreib dich da ein lass vielleicht eine Bewertung da habe mir den angeguckt und dachte mir mein Gott das war super genau das habe ich gebraucht war zwar nicht extrem im Detail aber die Strategien die sinnvoll sind hat er einem mitgegeben und deswegen eines Tages werde ich Benjamin bestimmt nochmal treffen ich bringe mich gerade auf ein paar Gedanken deswegen ich muss den mal wieder anschreiben und dir einfach mal danken weil ja der Typ ist der hat bis heute nicht besonders viel mehr Kurse publiziert und natürlich zum Beispiel jetzt verdiene ich zehnmal mehr als der aber der war das war wirklich der Anfang von allem und deswegen ich muss den heute mal wieder anschreiben mein Gott genau dann nächster Punkt lass du dich nicht runterkriegen am Anfang ich glaube im ersten Monat habe ich glaube ich 44 Euro mit meinen ersten Kursen gemacht oder vielleicht war es 180 oder so es war 180 und dann 44 oder 44 und dann 180 das liegt praktisch am folgenden Grund nämlich ich habe Kurse publiziert erst in quantitativ viel nach drei oder vier Monaten ich hatte nämlich einen Kurs gemacht und das war ganz schön anstrengend ich war ein bisschen frustriert nach dem ersten Kurs weil es halt echt viel Arbeit war es war ein 7 Stunden Kurs den ich innerhalb von drei Tagen produziert hatte ich habe kaum geschlafen in diesen drei Tagen und ja hatte den rausgebracht hat er im ersten Monat ich glaube 44 gemacht oder 180 oder ja ich glaube es war im ersten Monat 180 und dann 44 weil ich dachte mir okay cool im ersten Monat mache ich 180 und dann auf einmal im zweiten Monat sah ich okay die Sales kommen nicht mehr rein Mist vielleicht lohnt sich das Ganze ja doch nicht habe dann aber weitergemacht und dadurch ist wie gesagt mein Kurs Business entstanden dann fünftens setze nicht alles auf eine Karte bau dir mehr als einen einzigen Einkommensstrom auf das ist das Allerwichtigste ich habe so viele Einkommensströme und ich bin sehr glücklich dass die meisten von diesen Einkommensströmen gut funktionieren und vor allen Dingen bin ich sehr glücklich dass ich jetzt nochmal ein Jahr von der Uni nochmal Pause genommen habe also praktisch zwei Jahre damit ich mich noch weiter auf meine Firma konzentrieren kann weil jetzt wie gesagt merke ich halt okay ich habe den Dreh raus solche Sachen die ich mir überlege wie zum Beispiel Flipping ich teste aus es funktioniert ich kenne die Strategien in allen möglichen Bereichen und konnte damit halt immens viele Einkommensströme aufbauen die mir halt sehr sehr gutes Geld verdienen und die möchte ich an dich weitergeben deswegen setz nicht alles auf eine Karte bau dir mehr als einen einzigen Einkommensstrom auf und genau deswegen kann ich dir auch dieses Coaching Programm empfehlen ich zeige dir 57 unterschiedliche Einkommensströme ich zeige dir wie du sie aufbaust du brauchst kein beziehungsweise wenig Startkapital wenig meine ich vielleicht maximalen Hunni in den meisten Fällen vielleicht 10 Euro wie zum Beispiel im T-Shirt Business das ist ein Online Coaching Programm 3 Stunden setzen wir uns zusammen hin schauen uns Schritt für Schritt an wie man jeden einzelnen Einkommensstrom aufbaut und wenn du irgendwelche Fragen hast ich bin die letzte Person die ja nochmal irgendwas von dir verlangt du kannst anschließend mir jederzeit schreiben ich werde jederzeit deine Fragen beantworten und wirklich dir dabei helfen deine eigenen Einkommensströme aufzubauen wenn du dieses Coaching buchen möchtest dann geh einfach ja dann schreib eine E-Mail an leon-ch-gmx.de das ist meine private Nachricht meine private E-Mail Adresse würde mich sehr sehr freuen wenn wir das zusammen buchen können und ich kann dir wie gesagt keine Versprechen geben weil man grundsätzlich nichts versprechen sollte aber aus meiner eigenen Erfahrung du wirst diese 429 Euro also wenn du langsam arbeitest in einem Monat raushaben wenn du schnell arbeitest vielleicht schon in zwei Wochen genau deswegen kann ich dir wirklich nur dieses Programm empfehlen würde mich freuen wenn du es buchen würdest jetzt möchte ich aber nochmal sagen vielen vielen Dank dass du dir dieses Video angeschaut hast und ich hoffe dass wir uns später in einem meiner anderen Tutorials wiedersehen können im heutigen Tutorial soll es um das Thema gehen mehr Geld besitzen und ich weiß dieser Titel hört sich vielleicht ein bisschen eigenartig an aber er ist genauso gemeint wie er hier steht nämlich es soll darum gehen wie ich mehr Geld nicht nur verdienen kann sondern eher wie ich mein Geld arbeiten lassen kann und vor allen Dingen wie ich dafür sorgen kann dass ich wenn ich auf mein Bankkonto schaue dort mehr Geld auch habe zuallererst möchte ich mit euch ein bisschen über Angestelltenverhältnisse sprechen dann möchte ich euch 10 unterschiedliche Strategien geben wo ihr mit mehr nachdem ihr dieses Video geschaut habt also mehr Geld verdienen könnt wo ihr mehr Geld sparen könnt investieren könnt und so weiter und so fort und ich möchte noch mal so ein paar kleine Mindset-Strategien mitgeben weil sagen wir es mal so ich bin normalerweise kein großer Fan von ja Mindset-Videos dies soll auch keinesfalls ein Mindset-Video sein ich möchte euch viele wichtige Tipps geben aber dazu noch mal so ein paar Sachen die vielleicht auch zum Thema Mindset gehören genau zuallererst sollte ich aber schon mal sagen ihr wisst ich bin kein großer Freund von einem Angestelltenverhältnis und das liegt nicht unbedingt daran dass ich Zeit gegen Geld tausche oder dass ich vielleicht nicht besonders viele Freiheiten habe oder mich vielleicht nicht entwickeln kann in diesem Angestelltenverhältnis vielleicht auch sogar unglücklich bin nein den Hauptgrund den ich persönlich sehe oder der Hauptgrund warum ich sage ich möchte niemals ein Angestelltenverhältnis haben ist folgender nämlich wenn ich in einem Angestelltenverhältnis bin und vielleicht ist es nicht bei allen von euch so aber sicherlich bei vielen dass ihr praktisch den ganzen Monat arbeitet um eine bestimmte Summe Geld zu verdienen aber am Ende des Monats nachdem ihr halt also am Ende des nächsten Monats wenn ihr das Geld bekommen habt und in diesem Monat praktisch mal ausgegeben habt dann steht ihr da und habt eigentlich nichts mehr weiter auf der Bank und das geht vielen Leuten so das heißt sie verdienen Geld geben das ganze Geld aber auch wieder aus weil sie ja Miete bezahlen müssen weil sie Essen kaufen müssen und so weiter und so fort und am Ende des Monats bin ich praktisch dort wo ich ja am Anfang des Monats war nämlich bei praktisch null und das große Problem was ich daran sehe ist das folgende nämlich wenn du in einem Angestelltenverhältnis bist dann das wie gesagt gilt jetzt nicht für alle aber für viele dann ist es eher ein Überleben anstatt ein Leben und ich finde das a nicht schön ich finde es auch sehr traurig für all die kreativen und klugen Köpfe die dort draußen sind und es sicherlich auch als Unternehmer schaffen könnten die halt weiter in Angestelltenverhältnissen zu sehen finde ich unschön und ich denke wie gesagt selbst wenn es am Anfang als Unternehmer nicht besonders klappt mit der Zeit kriegt man einfach raus wie man mehr Geld verdient wie man erfolgreich als Unternehmer wird wie man Geld investiert mehr Geld spart und so weiter und so fort und der Weg zu hohen Summen sag ich jetzt mal zu guten Verdiensten im Bereich Unternehmertum ist nicht so unendlich schwer wie es viele Leute denken ich weiß das hört sich vielleicht von meiner Perspektive immer ein bisschen komisch an aber ich möchte vielleicht euch auch hier Mut zusprechen die Reise als Unternehmer zu beginnen weil an sich es nicht so kompliziert ist wie die meisten Leute denken übrigens ihr wisst ich promote immer gerne meine Coachingprogramme deswegen ich mache es kurz ich habe ein neues Coachingprogramm entwickelt das jetzt schon viele von euch gebucht haben ich glaube 6 oder 7 Leute haben es bereits gebucht nämlich ein Programm wo ich euch alle von meinen 57 Einkommenströmen zeige euch Schritt für Schritt erkläre wie man jeden einzelnen Einkommenstrom aufbaut und für das Ganze verlange ich gerade mal 429 Euro das ist ein 3 Stunden Coaching plus ein Coachingbuch und das Schöne wie gesagt daran ist es ist halt wirklich alles umsetzbar ohne beziehungsweise mit sehr sehr wenig Kapital ich werde mit euch auch über Dinge sprechen wie zum Beispiel T-Shirt Business Online Kurse Flipping Dropshipping oder zum Beispiel Zalando Ebay Dropshipping und so weiter und so fort auch Blogartikel schreiben was kommt noch alles ach ja solche Sachen wie Etsy also eigene Produkte verkaufen Anhänger verkaufen und so weiter und so fort und für viele Leute die jetzt vielleicht schon mal so ein bisschen gehört haben worin meine ganzen Einkommenströme bestehen ihr wisst ganz genau dass das denke ich mal ein gutes Investment ist diese 429 zu investieren dazu kommt natürlich noch die Umsatzsteuer und genau das wie gesagt ist der Preis für das ganze Programm und ich bin mir sehr sehr sicher dass ihr im Moment schnell dieses Geld wieder raus haben werdet eigentlich müsste ich dieses Programm ein wenig teurer machen aber wie auch immer kommen wir zum eigentlichen Inhalt von dem heutigen Video es soll ja praktisch ums mehr Geld besitzen gehen das heißt dass du mehr Geld auf deinem Konto hast und nicht unbedingt das jeden Monat sofort wieder ausgibst beziehungsweise ja für etwas anderes verwendest Strategie Nummer 1 ist die prozentuale monatliche Sparquote beziehungsweise Sparrate nämlich das erste was ich euch definitiv ans Herz legen möchte ist euch eine prozentuelle Rate zu geben wie viel Geld ihr sparen möchtet zum Beispiel in meinem Falle es hört sich jetzt vielleicht etwas verrückt an aber meine monatliche Sparrate ist 100% ich spare mein gesamtes Geld alles Geld das ich verdiene außer natürlich jetzt Steuern sonst das ganze Geld spare ich und das mache ich aus einem oder kann ich eigentlich relativ simpel machen das ganze Geld das ich verdiene das ich aktiv verdiene landet auf meinem Konto darauf muss ich wie gesagt noch Steuern zahlen aber der Rest bleibt in meinen Taschen ich gebe davon nicht einen einzigen Cent aus weil nämlich ich genug Investments habe um für meine Investments relativ gut leben zu können ich muss ehrlich sagen ich gebe extrem wenig Geld aus ich habe in meiner Firma laufende Kosten ungefähr im Monat von 150-200 Euro ja vielleicht sogar noch weniger also sagen wir mal 150 Euro sind die laufenden Kosten in meiner Firma da sind schon Ads drin also ich schalte keine Ads sagen wir es mal so da sind wie gesagt diese Kosten schon drin da ist selbst WLAN-Kosten sind da drin dann natürlich habe ich Miete die muss ich zahlen die ist jetzt nicht in 150 Euro natürlich drin und sonst nach Krankenversicherungen und sonst ja das Essen wie viel kostet das im Monat sagen wir es mal in meinem Fall ich gehe auch mal essen vielleicht 400-450 Euro 500 Euro ungefähr im Monat ich gebe also doch schon einiges aus um mal ins Restaurant zu gehen oder was auch immer bloß dieses ganze Geld gebe ich nicht aus oder dieses ganze Geld das ich halt für diese Dinge ausgebe gebe ich nicht aus aus dem Kapital das ich verdient habe im Sinne von für das ich aktiv gearbeitet habe also zum Beispiel Online-Kurse Coachings T-Shirts was auch immer dieses ganze Geld kommt nur aus Investments also zum Beispiel Eigentumswohnungen oder zum Beispiel solchen Dingen wie ich habe ein Investment in eine Wasabi-Firma die mir relativ viel Geld abwirft das Investment in REITs also Real Estate Investment Trust in ein differenziertes äh differenziertes diversifiziertes Aktien- und ETF-Profil und so weiter und so fort und ich bin jetzt übrigens auch dabei Geld zu investieren in Rohstoffe in Agrarprojekte und so weiter und so fort kaufe auch derzeit Gold kaufe Diamanten und bin wie gesagt in einigen Agrarprojekten ja beteiligt zum Beispiel diese eine Firma zum Thema also einer Wasabi-Firma die mir auch sehr sehr gutes Geld zahlt und übrigens auch mir andauernd Wasabi schickt was ich sehr nett finde aber wie auch immer genau also die prozentuale Sparquote ist praktisch das folgende es ist einfach eine Prozentzahl und du sagst zum Beispiel wenn ich 10% meines Geldes spare nehmen wir an du verdienst 1500 Euro im Monat netto dann würdest du 150 Euro sparen bei praktisch ähm ja einer 10%igen Sparkote nehmen wir zum Beispiel an du könntest mehr sparen was ich jetzt vielleicht bei 1500 netto ähm vielleicht beim Single ja aber natürlich bei der Familie ist das unmöglich ähm nehmen wir an du kannst vielleicht sogar 20-30% davon sparen wenn du 500 Euro im Monat sparst ist das schon sehr sehr stark wenn du 1500 netto verdienst ich gehe davon aus dass dies nicht möglich ist ähm aber wenn es möglich ist dann wie gesagt Hut ab und das ist ein gutes Zeichen ich würde sowieso empfehlen ich sage immer man sollte eine prozentuale Sparrate haben also zum Beispiel 10% 20% 50% oder wie in meinem Fall 100% ähm du kannst natürlich aber auch folgendes machen ich schlage immer vor wenn du halt nicht mehr als 50 Euro im Monat sparen kannst also nehmen wir an zum Beispiel du könntest nur 50 Euro im Monat sparen das wären im Jahr 600 Euro das sind 10 Jahren 6.000 Euro das sind 30 Jahren 18.000 Euro gib lieber die 50 Euro für dein Kind aus oder zum Beispiel für ja zwei beziehungsweise drei schöne Restaurants besuche mal vielleicht für ein paar für ein paar Pizzen vom Bestellservice oder geht in in Freizeitpark oder was auch immer diese 50 Euro die dann in einem Jahr 600 Euro ergeben in 10 Jahren 6.000 ähm das ist es einfach nicht wert zu sparen da können wie gesagt wenn man es so knapp hat da sind auf jeden Fall 50 Euro im Monat ähm die man für was Schönes ausgeben kann dem Kind nochmal vielleicht eine neue Jacke kaufen kann oder so da sind die 50 Euro besser aufgehoben als diese zu sparen aber nehmen wir wirklich an du könntest zumindest und ich weiß es hört sich jetzt relativ viel an aber nehmen wir an du kannst zumindest 300, 400, 500 Euro im Monat sparen dann ist das schon mal ganz in Ordnung ähm obwohl ich wie gesagt sage dass wenn man im Jahr sollte man mindestens 10.000 sparen können ich weiß das ist sehr 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 viel aber wenn es wirklich Sinn machen soll gerade wenn du jetzt vielleicht 35, 40 bist oder was auch immer du brauchst halt doch schon relativ viel Geld um von diesem Geld später leben zu können weil das Alter wird teuer ich weiß ich bin sehr sehr jung und vielleicht sollte ich das nicht unbedingt sagen aber ich merke es auch an meiner eigenen Familie und merke es auch an vielen Leuten die ich coache ich coache meistens 6 bis 8 Leute am Tag viele von denen haben echt Probleme mit Altersarmut und ähm suchen halt wie gesagt einen Ausweg indem sie ein Coaching mit mir buchen wo ich übrigens mich nochmal wirklich bedanken möchte bei allen Personen die ein Coaching gebucht haben heißt versuche so viel Geld wie nur irgendwie möglich zu sparen sparen ist wichtig sparen macht nicht reich aber sparen tut vor allen Dingen eines es sichert dich zum Teil ab du musst natürlich nicht nur sparen sondern auch ein bisschen investieren diversifizieren und so weiter und so fort aber dazu kommen wir in den kommenden Minuten beziehungsweise ja auf den weiteren Slides zuallererst möchte ich aber nochmal sagen du solltest einfach so viel sparen wie nur irgendwie möglich und solltest aber dennoch probieren noch ein gutes Leben zu haben weil du willst dich natürlich jetzt nicht auch tot sparen und dann nie Spaß am Leben haben keinesfalls das Wichtige ist einfach eher dass du immer mehr probierst Cashflow aufzubauen immer mehr Geld zu verdienen weil so kannst du natürlich auch deine Sparrate erhöhen die Quote an sich sage ich jetzt mal die Prozentuale wird immer die gleiche bleiben du solltest aber wie gesagt im Jahr sollte dein Ziel sein ist zumindest 10.000 Euro zu sparen wenn das irgendwie möglich ist ich weiß das hört sich vielleicht großkotzig an oder zu viel ist aber wie gesagt nur eine Empfehlung weil dann hättest du zum Beispiel in 30 Jahren 300.000 raus aber wie auch immer kommen wir dann zur Strategie Nummer 2 mehr Einkommen aufbauen das ist halt die Sache die ich eben gerade schon mal meinte nämlich du kannst natürlich auch viel mehr sparen wenn du viel mehr verdienst und ich bin grundsätzlich so eine Person die sagt ich erhöhe nicht meinen Lebensstandard mit einem höheren Einkommen mein Einkommen erhöht sich fast jeden Monat bloß ich gebe nie mehr aus ich gebe vielleicht sogar noch weniger aus weil ich mir bedenke das Geld das ich verdiene davon muss ich ja noch fast die Hälfte an den Startup geben und man ist dann wirklich glücklich über jeden Tausender jeden Zehntausender den du halt dir einstecken kannst und nicht an den Start zahlen musst genau deswegen sage ich immer fokussiere dich nicht unbedingt darauf Geld zu sparen sage ich jetzt mal ein bisschen zu schauen dass man Geld spart ist schon ganz gut aber es sollte eher vor allen Dingen der Fokus sollte eher dir eher sein mehr Einkommen aufzubauen so wird man wohlhabend und nicht durchs Sparen aber das denke ich mal wissen viele von euch das sind die Basics eine Sache die ich immer wieder sage ist das folgende du solltest mindestens 10 solide Einkommenströme haben und du solltest von jedem von diesen Einkommenströmen leben können das richtet sich natürlich und wie gesagt das ist relativ zu der eigentlichen Umgebung in der du lebst zum Beispiel ich denke in Deutschland ist es möglich mit 1500 netto in den meisten Städten zu leben ich weiß ich lebe in Berlin hier sind die Mieten denke ich mal extrem teuer im Gegensatz zu vielen anderen Städten es ist aber definitiv möglich mit 1500 Euro zu leben diese 1500 Euro netto sind wie gesagt auch nur erstmal theoretisch nämlich du willst nämlich folgendes machen du willst 10 solide Einkommenströme haben wo jeder 1500 netto abwirft ich weiß das ist ein wirklich wirklich hochgestecktes Ziel das würde praktisch bedeuten auch bei dem Steuersatz dass du ziemlich genau 30.000 Euro im Monat verdienen musst musst ein bisschen weniger sagen wir mal 26.000 27.000 wir sprechen also im Monat wir sprechen also jetzt hier nicht übrigens auch davon von Zielen die du innerhalb von einem Jahr erreichen kannst es ist höchst unwahrscheinlich dass du am Anfang des Jahres startest sagen wir mal der 1.1.2019 und dass du am 1.1.2020 schon bei 30.000 im Monat bist das ist höchst unwahrscheinlich aber das kann halt ein Ziel sein dass du dir über 10 Jahre 15 Jahre aufbaust wenn du eines Tages dort bist dann hast du ja wirklich die absolute Freiheit weil nehmen wir an zum Beispiel zwei von diesen soliden Einkommenströmen sollten wegbrechen sogar drei vier fünf sechs sieben du hast dann immer noch genügend Geld um von jedem von diesen Einkommenströmen leben zu können genau deswegen sage ich immer fokussiere dich wirklich darauf 10 Dinge zu tun 10 Einkommenströme aufzubauen die dir so viel Geld abwerfen dass du halt von jedem leben könntest zum Beispiel in meinem Fall kann ich ja sagen was diese 10 sind das erste ist definitiv meine Online-Kurse da habe ich natürlich meine Kurse zum Beispiel auf Udemy und so weiter und so fort also Skillshare BitDegree und all diesen Plattformen dann das zweite ist natürlich meine eigene Plattform MyTeachingHero damit verdiene ich sehr sehr gut Geld mit Online-Kursen das sehe ich jetzt mal als einen Einkommenstrom dann ist es natürlich auch das Coaching-Programm das sehr sehr gutes Geld abwirft dann ich sagen wir es mal so ich zähle das eigentlich noch dazu dass ich Firmen zum Beispiel auch noch coache darüber verdiene ich sehr gutes Geld dann das vierte ist definitiv mit meinem T-Shirt-Business wo ich sehr gutes Geld verdiene fünfte sind Stock-Fotos also solche Beispiel-Fotos sage ich jetzt mal sechste ist dann praktisch die Dropshipping-Stores also die Shopify-Stores die ich immer noch habe das siebte naja übrigens das weiß ich gar nicht ob das reinzählen möchte nämlich das Flipping-Business das ich zusammen mit meiner Mom habe wo wir Produkte praktisch von Zalando einkaufen und dann wieder auf Ebay teurer verkaufen dann natürlich noch meine ganzen Designs Powerpoints und so weiter und so fort dann der jetzt haben wir schon den neunten Einkommensstrom neunten Einkommensstrom sind definitiv Blogs und Content und der zehnte müsste ich im Echtzeit nochmal reinschauen aber zum Beispiel einer der Einkommensströme wo ich auch sage der lohnt sich für mich auf jeden Fall ist alles rund um den Bereich Merch also nicht nur sage ich jetzt mal T-Shirts oder so sondern ich habe natürlich auch Tassen, Socken und so weiter und so fort die sich sehr gut verkaufen ich muss im Echtzeit nochmal die Einkommensströme reingucken weil da sind definitiv noch ein paar mehr dabei die mehr als diese 1500 Euro im Monat abwerfen genau ja ach ja eine Sache das Flipping Unternehmen zum Beispiel das Flipping Unternehmen wirft sehr sehr gutes Geld ab ach ja Unternehmensbeteiligung meine ganzen Investments Mieteinnahmen und so weiter und so fort das sind wie gesagt alles nochmal Einkommensströme die auch alle mindestens 1500 abwerfen ich müsste derzeit so um die 16 oder 17 Einkommensströme haben die ungefähr 1500 Euro im Monat netto abwerfen wobei ich aber sagen muss dass natürlich manche sehr knapp an diesen 1500 Euro dran sind und zum Beispiel natürlich das Online Kurs Business oder My Teaching Euro oder zum Beispiel das Coaching Business natürlich sehr sehr viel mehr macht genau kommen wir dann noch zu weiteren Punkten die wir hier auf der Slide finden nämlich man sollte Geld gegen Zeit eintauschen wenn man gut genug bezahlt wird sagen wir es mal so viele Leute werden sich sehr sträuben vor dieser Idee nämlich viele von euch werden sagen man sollte keine Zeit gegen Geld tauschen ich muss ehrlich sagen dass ich ein großer Fan davon bin Zeit gegen Geld zu tauschen weil die Leute die sich immer nur darauf fokussieren möglichst einen smarten Weg zu finden dass sie keine Zeit oder möglichst wenig Zeit investieren müssen oder dass sie keinesfalls Zeit gegen Geld eintauschen müssen die verbringen meistens mehr Zeit damit diesen Weg herauszufinden als sich einfach mal mit einer Stunde zum Beispiel mit einer Person hinzusetzen und ein Coaching zu machen zum Beispiel derzeit ich kann es euch ja sagen ich versuche wirklich immer so offen wie nur irgendwie möglich hier auf diesem YouTube Kanal zu sein in meisten Fällen habe ich irgendwas zwischen Minimum 4 Stunden am Tag Coaching Maximum 10 Stunden meistens hält sich auf zwischen 6 bis 8 Stunden Coaching am Tag ich weiß ich nehme jetzt nicht die höchsten Preise ich nehme jetzt nicht irgendwie sagen wir mal 1000 Euro für ein Coaching aber wenn du rechnest ich nehme mit Umsatzsteuer zusammen 177,31 für ein Coaching für eine Stunde wenn du halt 6 bis 8 Stück von denen am Tag hast hast du halt gerne mal 1.000er, 1.500er den du extra je Monat hast das ist ein extra Monat 45.000 die mit Coachings reinkommen ich muss ehrlich zugeben dass es nicht ganz so viel ist es wird höchstwahrscheinlich diesen Monat rund um 25.000 sein aber ja ich meine dafür investiere ich halt auch jeden Tag 6 Stunden oder 4 Stunden oder was auch immer aber es lohnt sich halt auch immens und wenn du halt in einem Jahr damit sagen wir mal 200.000, 300.000 raus hast dann ist das natürlich super und ich meine die Leute die dann sagen ah aber diese Zeit hast du eingetauscht gegen Geld ja dann sei es so also wenn du gut bezahlt wirst dann denke ich mal ist das absolut gar kein Problem und das Wichtigste ist natürlich auch bei den ganzen Coachings die ich gebe dass die Leute wenn die Coachings wenn sie die Coachings haben auch wirklich was daraus mitnehmen das heißt dass sie immer wieder und wieder und wieder buchen viele von euch kennen sicherlich diese Theorie beziehungsweise Strategie dass man einfach nur 1000 Leute braucht die zu jedem Zeitpunkt von einem kaufen um halt wirklich finanziell frei zu werden ich kann dem nur ja absolut zustimmen selbst wenn du 100 Leute hast die bei jedem Produkt von dir kaufen ist das schon genug in den meisten Fällen vielleicht reichen auch sogar schon 25 und wenn du natürlich 1000 hast dann ist das schon wirklich genial gerade wenn du viele Produkte wie zum Beispiel ich launchst ich habe diese 1000 Kunden übrigens noch nicht muss ich ehrlich zugeben ich weiß nicht genau wie ich es am besten messen soll aber ich wenn ich jetzt zum Beispiel einen Post einen Post oder so launche dann habe ich nicht 1000 Leute die den kaufen ich bin vielleicht gerade bei irgendwas zwischen 100 und 200 aber noch nicht bei 1000 Kunden die immer von mir kaufen genau drittens habe nicht zu sehr Angst durch deine Arbeit Zeit zu verlieren nämlich sehr sehr viele Leute haben Angst wenn sie jetzt zum Beispiel in den Bereich Unternehmertum gehen dass ihre Freunde die vielleicht ein Angestelltenverhältnis haben oder dort wie gesagt drin sind dass die auf einmal mehr verdienen dass sie vielleicht im Angestelltenverhältnis wo sie kein Risiko haben 2,5 netto machen 3 netto machen vielleicht nur 2 netto machen und du als Unternehmer vielleicht gerade mal bei einem 1000er netto bist oder bei 1500 oder was auch immer mach dir um solche Dinge nicht allzu große Sorgen weil der Erfolg wird es eines Tages rechtfertigen du musst einfach mit der Zeit gehen wenn zum Beispiel derzeit bestimmte Business Opportunities existieren geh in diese Business Opportunities rein baue dein Unternehmen auf Schritt für Schritt und glaub mir es ist wirklich 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 nicht schwer 2,5, 3, 4.000 netto zu machen wenn du halt das Ganze als ein Long Term Projekt siehst das heißt wirklich jeden Tag die Arbeit reinsteckst immer noch neuen Business Opportunities suchst auch schnell bei der eigentlichen Execution bist das heißt bei der Umsetzung wenn du diese Punkte beachtest ich verspreche dir wirst du also in einem Zeithorizont von sagen wir mal 24 bis ja 24 bis 48 Monaten wirst du definitiv bei 2,5, 3, 4 netto sein das sollte wirklich kein Problem sein wenn du dich ordentlich anstrengst und vor allen Dingen viele Dinge mal ausprobierst dann natürlich sei schnell und baue deine Einkommensströme hinterländer auf kein Overthinking zum Beispiel wenn ich einen neuen Einkommensstrom sehe jetzt gerade eröffnen sich viele neue Einkommensströme für mich was ich sehr interessant finde nämlich zum Beispiel die Plattform BitDegree ist eine Plattform auf der ich derzeit Kurse veröffentliche eine weitere Firma mit der ich derzeit zusammenarbeite und da wird sich noch höchstwahrscheinlich eine große Kooperation ergeben das kann ich leider ich kann es leider nicht verraten es wird eine riesen riesen Sache werden ich weiß nicht wie sehr man das mitkriegen wird weil es wird über deren Firma gelauncht werden und nicht über meine eigene Firma aber das wird eine riesen 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 Sache und an der arbeite ich derzeit und wir haben die ersten Gespräche zu diesem Thema am 4. Dezember und auf jeden Fall ich habe derzeit haufenweise neue Einkommensströme neue Kursplattformen die rauskommen neue Wege Geld zu verdienen ich arbeite übrigens derzeit auch ein wenig an Merch die ich auch hier über den YouTube Kanal verkaufen werde auch solche Dinge wie zum Beispiel Bücher und so weiter ich schreibe derzeit an vielen vielen Dingen und die kommen auch alsbald raus das heißt ich versuche mich immer auf neue Einkommensströme zu fokussieren versuche möglichst viele Einkommensströme aufzubauen versuche nicht zu overthinken das heißt relativ schnell mit Dingen fertig zu werden und du musst einfach jeden Tag wenn du da im Büro sitzt Ruhe haben musst arbeiten können und vor allen Dingen eines tun können du musst jeden Tag over the line on things gehen das heißt du musst jeden Tag Sachen fertig bekommen zum Beispiel ich habe fast jeden Tag irgendein Produkt launch es ist genial ich gehe jeden Abend ins Bett und denke mir oder vielleicht manchmal gehe ich nicht abends ins Bett vielleicht erst früh morgens aber dann hast du wie gesagt jeden Tag das Gefühl boah ich habe schon wieder ein neues Produkt draußen ich habe noch eine weitere Einnahmequelle geschaffen und so weiter und so fort kommen wir dann zu Strategie Nummer 3 investiere Zeit in den Aufbau von passivem Einkommen passives Einkommen ist genial ich weiß das hört sich mal so an wie so ein bisschen Magie dass das Geld passiv reinkommt aber ich würde nicht so viele Einkommensströme haben können wenn ich mich um jeden einzelnen Einkommensstrom kümmern müsste zum Beispiel die meisten von meinen Kursen sind komplett passiv verdienen mir wirklich passives Einkommen meine Online Akademie ist passiv Dinge die ich aktiv mache sind zum Beispiel Coachings ich muss natürlich auch neue Kurse produzieren aber wenn ich halt einmal zum Beispiel einen Kurs produziert habe und ich entwickle für die Marketing Strategie die automatisch abläuft und verkaufe meinen Kurs online dann ja dann verkauft sich der Kurs auch Online Plattformen funktionieren so genau deswegen finde ich es immer so faszinierend wenn dann Videos auftauchen auf YouTube sowas von wie passives Einkommen ist eine Lüge nein ist es nicht du musst halt bloß einfach am Anfang Zeit und Arbeit investieren wenn du Zeit und Arbeit und vielleicht auch manchmal ein bisschen Geld investierst und gute Produkte schaffst die du online anbieten kannst über bestimmte Plattformen dann wirst du auch passives Einkommen verdienen du musst halt bloß qualitativ und quantitativ vorgehen und ihr wisst zum Beispiel in meinem Falle ich publiziere immens immens viele Kurse ich produziere immens viele T-Shirts ich versuche alles auch auf Masse zu tun weil ich immer weiß dass die Qualität in meisten Fällen stimmt ich habe jetzt keine super 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 tollen Produktionen ich werde jetzt nicht für eine Produktion mich ein ganzes Jahr lang abrackern ich mache lieber die Produktion am einen Tag und schaffe es dann halt in einem Jahr 365 Produktionen abzufilmen wo eine Person vielleicht gerade mal 3, 4 oder 5 schafft genau und Arbeit investieren um über die kommenden Monate damit Geld zu verdienen zum Beispiel Online Kurse kannst du publizieren über Plattformen wie zum Beispiel Udemy T-Shirts kannst du publizieren über Redbubble Merch bei Amazon und so weiter und so fort und kannst damit dann natürlich auch gutes Geld verdienen du musst bloß einmal die Arbeit leisten und anschließend dann kommt hoffentlich auch das Geld rein zweitens baue mindestens so viele passive Einkommensquellen auf dass du nur von diesem Leben könntest also zum Beispiel jetzt in meinem Falle passive Einkommensquelle sollen nicht unbedingt nur Investments bedeuten das würde ich eher davon loskoppeln passive Einkommensquelle soll bedeuten zum Beispiel dass ich Produkte habe die wirklich Geld abwerfen nicht solche Sachen wie zum Beispiel Finanzprodukte oder zum Beispiel Investments in Agrarprojekte oder zum Beispiel Wohnungen oder was auch immer es soll hier wirklich nur darum gehen dass du Produkte hast wie zum Beispiel Online Kurse T-Shirts Online ja was könnte es noch geben Mentoring Programme Webinare was auch immer die Geld abwerfen vielleicht auch Bücher ohne dass du dafür Zeit und Arbeit investieren musst das Einzige was du erstmal tust ist Zeit und Arbeit zu investieren aber anschließend dann nicht mehr und dann drittens suche immer nach neuen passiven Einkommensquellen passives Einkommen ist das A und O versuche dich immer darauf zu fokussieren möglichst viel von passiven Einkommen aufzubauen und dennoch aber zur selben Zeit noch mehr weitere aktive Einkommensquellen aufzubauen weil schlussendlich kannst du natürlich auch aktive Einkommensquellen eines Tages outsourcen und sie damit passiv machen kommen wir dann zum vierten Faktor zur vierten Strategie nämlich investiere und diversifiziere für alle Leute die nicht wissen was diversifizieren heißt kann man auch gerne als streuen übersetzen man versucht Investments zu streuen möglichst breit zu fächern so dass man zum Beispiel wenn du sagen mal du hast 100.000 Euro zum investieren dass du in 20 Investments a 5.000 Euro investierst oder dass du zum Beispiel sagst ich investiere in 80 Investments a 1.000 Euro in 5 Investments a 2.000 Euro und in 2 Investments a 5.000 Euro das zum Beispiel könntest du machen und das wäre natürlich eine Strategie aus Diversifizierung und auch Fokus und das wie gesagt ist immer eine Sache die ich dir absolut empfehle diversifiziere fokussiere aber auch wenn du gute Investments findest wo du weißt okay die haben hohen Return die eigentliche Downside die eigentliche sag ich jetzt mal das eigentliche Verlustrisiko ist sehr sehr gering dann investiere auch mehr Geld in ein bestimmtes Investment rein zum Beispiel ich weiß ganz genau dass meine Wasabi Firma ein relativ sicheres Investment ist oder zum Beispiel dass meine Immobilien ein relativ sicheres Investment sind ich habe aber auch Geld zum Beispiel in Peer-to-Peer Krediten die eher zu einer Risikoklasse gehören wo man sagt okay da ist das ja das Risiko doch relativ hoch in solche Produkte zu investieren ich habe natürlich aber auch Investments in alle möglichen anderen Dinge habe Geld in alle möglichen anderen Dinge gesteckt und kann dementsprechend sagen gut wenn zum Beispiel ein paar von denen den Bach runtergehen habe ich dennoch genügend passives Einkommen oder beziehungsweise passives Einkommen aus Investments das es mir erlaubt frei zu leben ich kann dir übrigens hier auch nochmal einen Tipp geben habe immer ein bis zwei Jahre Lebensunterhaltungskosten in Cash auf der Bank investiere den Rest nämlich du brauchst zum einen natürlich Geld um Steuern zu bezahlen und das wie gesagt sei davon komplett losgekoppelt ich gebe immer so gerne als Tipp nehmen wir zum Beispiel an du gibst 2000 Euro im Monat aus solltest du mindestens 48.000 Euro auf der Bank haben das heißt wenn du zum Beispiel 48.000 Euro auf der Bank hast kannst du zum Beispiel dein gesamtes Business zusammenbrechen alles kann den Bach runtergehen es kann eine Wirtschaftskrise geben das Business bricht zusammen und so weiter und so fort alle Finanzprodukte alle Werte gehen sofort auf Null du hast aber dennoch das ist nur ein theoretisches Beispiel du hättest aber dennoch 48.000 Euro in der Bank dass du dich für zwei Jahre hinsetzen kannst und über die nächsten zwei Jahre ja knobeln kannst mit welcher Sache du das nächste Geld verdienen kannst sodass du weiterhin Unternehmer bleiben kannst und ich kann zum Beispiel euch jetzt sagen was ich derzeit glaube ich in der Bank habe müssten irgendwas um die sechs bis acht Jahre sein von denen ich leben könnte also es ist wirklich eine relativ hohe Summe Geld die ich derzeit auf der Bank habe das liegt aber auch vor allen Dingen daran dass ich glaube dass der nächste Crash innerhalb der nächsten 12 bis 18 Monate kommt soll jetzt keine voraus ja soll jetzt keine ich möchte jetzt nicht irgendwie herausfordern oder irgendwie eine Prophezeiung oder so sein aber ich kann mir gut vorstellen dass es innerhalb der nächsten 12 bis 18 Monate passiert ich muss ehrlich sagen dass ich bisher relativ viel Vertrauen zumindest wirtschaftlich in die in die amerikanische Regierung habe weil ich mir ziemlich sicher bin dass die Trump Regierung vor allen Dingen noch eines tun wird nämlich weitere Tax Cuts also praktisch Steuererlassungen machen wird sobald sie halt merken okay die die ja die Wirtschaft wird wieder ein bisschen langsamer also der der Wachstum sinkt ein bisschen vom GDP dann werden sie höchstwahrscheinlich noch mehr Steuererlassungen Erlassungen geben und das wird die Wirtschaft höchstwahrscheinlich dann nochmal ankurbeln aber wie gesagt deswegen habe ich relativ viel Vertrauen in die ganze Sache ich kann mir dennoch bloß vorstellen dass es vielleicht einen Schock geben könnte innerhalb der nächsten 12 bis 18 Monate das liegt aber vor allen Dingen also nicht an Amerika das könnte an zwei anderen Orten liegen zum einen natürlich China die Immobilienblase in China obwohl ich dort mir ziemlich sicher bin dass die chinesische Regierung die eigene Währung manipulieren wird um Preise zu beeinflussen sonst kann ich mir aber vor allen Dingen eines vorstellen nämlich der Verfall der Eurozone da bin ich mir wirklich wirklich sicher ich kann mir nicht vorstellen dass die EU noch länger als 15 Jahre besteht oder zumindest nicht in der Form wie sie jetzt derzeit ist ich kann mir solche Dinge vorstellen wie zum Beispiel ja dass es halt echt so ein Titanic-Modell gibt für alte Leute die sich ein bisschen mit den Modellen der EU auskennen zum Beispiel das Titanic-Modell das ist halt dass die Breite und die Tiefe der Zusammenarbeit sich definitiv auflösen und dass es vielleicht nur noch ein Kerneuropa eines Tages geben wird aus Deutschland, Frankreich und ein paar anderen Staaten vielleicht ja den Binnenlook-Staaten oder was auch immer aber dass viele gerade im osteuropäischen Bereich und im mediterranen Raum sich vielleicht eher von der EU loslösen und wieder ihr eigenes Ding machen das wie gesagt muss gesehen werden aber ich habe nicht besonders viel Vertrauen in den Euro wenn ich zum Beispiel wenn der Euro nur in 10% an Wert verliert habe ich schon ein dickes Problem weil das echt immens viel Geld ist genau dann investiere nicht nur in Finanzprodukte die anfällig für Krisen sind sondern anfällig in Krisen sind sondern auch Unternehmen REITs, Agrarprojekte, Immobilien physische Investments und so weiter und so fort physische Investments meine ich zum Beispiel auch solche Dinge wie zum Beispiel Snack-Automaten aufbauen die in Universitäten stellen oder zum Beispiel solche Dinge wie kleine Unternehmen kaufen Straßenstände die Hotdogs verkaufen was auch immer das hört sich jetzt alles vielleicht ein bisschen lachthaft an aber man möchte man möchte nicht vergessen wie viel Geld man tatsächlich mit Unternehmer Investments oder unternehmerischen Investments tun kann machen kann also praktisch neue Unternehmen aufbauen Unternehmen fördern und so weiter und so fort wenn du da zum Beispiel 10.000 investierst und das Unternehmen skaliert und macht vielleicht im ersten Jahr schon 100.000 und du hast eine 10%ige Beteiligung weil du am Anfang den Unternehmenswert auf 100.000 gelegt hast hast du schon im ersten Jahr wieder das Geld raus und hast danach wie gesagt passives Einkommen das reinkommt genau deswegen bin ich jetzt auch derzeit dabei Folgendes zu tun ich werde höchstwahrscheinlich auch mehr als Angel Investor arbeiten ich habe jetzt bereits ein Angel Investment getätigt wo ich in eine Wasabi Firma investiert habe werde aber höchstwahrscheinlich noch weitere Angel Investments tätigen und wenn ja ich werde es sogar so machen wenn Leute wirklich auf mich zukommen ob das nun die Zuschauer hier auf YouTube sind oder Leute auf Facebook oder wo auch immer Freunde und so weiter und so fort wenn ihr eine gute Business Idee habt und ihr könnt sie umsetzen und ihr braucht dafür Kapital denn wie gesagt bin ich nicht abgeneigt Kapital zu investieren ich muss bloß halt einfach sehen dass das Ganze wirklich funktioniert und ich muss sehen dass da für mich auch ordentlich was bei rum ja rausspringt dann das nächste Strategie Nummer 5 investiere nicht zu viel in dich selbst und ich denke dies ist ein relativ kontroverses Thema nämlich viele viele Leute sagen ja immer dass man unbedingt immer mehr wachsen soll wachsen soll wachsen soll dass man die Persönlichkeit entwickeln muss und so weiter und so fort und was ich immer wieder sehe ist das folgende ihr wisst ich bin kein großer Fan von Persönlichkeitsentwicklung ich denke eine oder sagen wir es mal so ich bin von vielen Trainingsprogrammen zum Thema Persönlichkeitsentwicklung kein großer Fan weil die Persönlichkeit zu entwickeln das unternehmerische Wissen zu vergrößern ist natürlich super das sollte man immer immer tun aber ich habe das Gefühl dass sehr sehr viele Leute versuchen immer weiter zu wachsen ohne sich auf eine Sache wirklich zu fokussieren genau deswegen sage ich immer folgendes wachse in Schritten lerne, setze um lerne mehr, setze noch mehr um und so weiter und so fort sodass du dir praktisch deine Umgebung immer wieder anschaust guckst okay was habe ich jetzt gelernt kann ich das umsetzen und wenn du dann mal eine Sache findest die wirklich gut für dich funktioniert bleib dabei skalier die ganze Sache und fokussiere dich auf diese eine Sache dass du in dieser einen Sache mit dieser einen Sache immer mehr Geld verdienen kannst das meines Erachtens ist extrem wichtig es heißt hier immer so gerne investiere in dich selbst und das Doofe ist wenn du viel in dich selbst investierst guckst du gerne mal links und rechts du siehst ah damit könnte man Geld machen das könnte sich lohnen ach jetzt habe ich hier was über Investment gelernt das ist hier auch was Neues und das ist auch schön und gut man sollte grundsätzlich immer was hinzulehren man sollte aber vor allen Dingen auch eine Sache im Leben tun man sollte auch manchmal Scheuklappen aufhaben wie so ein Pferd und so schnell es geht nach vorne preschen um halt möglichst viel Distanz zu überbrücken soll bedeuten möglichst viel Geld zu verdienen heißt also investiere natürlich in dich selbst bloß schaue auch einfach mal welche Dinge funktionieren für dich gut wenn sie gut funktionieren kann ich sie skalieren kann ich sie weitermachen kann ich mit mehr Geld verdienen und dann wenn du halt ein ordentliches Business geschaffen hast und gutes Geld verdienst dann kannst du weiter in dich investieren aber das ganze Geld das du sag ich jetzt mal verdienst das würde ich nicht immer nur in irgendwelche Coachings oder was auch immer stecken ich weiß ich verkaufe Coachings aber wirklich persönlicher Tipp nimm dir vielleicht einige Coachings wo du weißt okay die helfen mir wirklich bei dem was ich tun möchte wenn du vielleicht ganz am Anfang stehst klar da lohnen sich Coachings aber wenn du dann wirklich mal eine Sache gefunden hast die für dich gut funktioniert dann setz die auch um und buche nicht Coaching hinter Coaching hinter Coaching oder Buch Veranstaltungsticket hinter Veranstaltungsticket hinter Veranstaltungsticket bleib mal bei einer Sache fokussier dich auf diese Sache und setz sie um so gut wie nur irgendwie möglich dann Strategie Nummer 6 und das ist eine Sache die ich wirklich jeder Person ja beibringen möchte ich muss darüber nochmal ein Video machen nämlich baue deine eigene finanzielle Infrastruktur auf was genau meine ich eigentlich damit du musst ein System haben in dem du die Fäden ziehen kannst zum Beispiel in einem Angestelltenverhältnis kannst du eigentlich nur einen Faden ziehen du kannst sagen ich kündige sonst kannst du keine Fäden ziehen du kannst wie gesagt dich nur irgendwo bewerben und dann den einzigen Faden den du in deinen Job ziehen kannst ist sagen okay ich kündige ich will das nicht mehr machen und das Problem daran sehe ich folgendes ist nämlich folgendes nämlich nehmen wir zum Beispiel an du hast einen Job es wird ja immer immer so gesagt du hast einen sicheren Job ja cool wenn du gekündigt wirst dann hast du gar nicht mal so einen sicheren Job wenn du aber wiederkehrendes Einkommen aufgebaut hast ein Unternehmen aufgebaut hast das wirklich gutes Geld verdient und du verdienst vielleicht die ersten 100, 200, 500, 1000 dieses Geld kann dir niemals wieder jemand nehmen und wenn du dein eigenes Unternehmen hast und du weißt wie man gutes Geld mit dem verdient was du tust musst du eigentlich nur noch eines tun du musst die Fäden ziehen du musst das tun wovon du weißt dass es funktioniert genau deswegen sage ich immer baue deine eigene finanzielle Infrastruktur denke in Zahlen und versuche immer wenn du halt versuchst mehr Geld zu verdienen versuche immer eines zu tun versuche zu schauen was bereits für dich funktioniert hat beziehungsweise für andere Leute funktioniert hat ziehe dann genau diese Fäden tue das was du tun musst um Geld zu verdienen und dann hast du die komplette Kontrolle über dein Leben über dein Einkommen und vor allen Dingen auch über dein Business und das wie gesagt ist das wirklich Schöne an einem Unternehmen und dann natürlich lange Kontrolle über Einkommen und Ausgaben das denke ich mal sollte relativ selbsterklärend sein ich finde es einfach schrecklich dass man nie wirklich ja das eigene Einkommen kontrollieren kann in dem angestellten Verhältnis du kriegst halt immer nur deine sage ich jetzt mal 2 Nette oder 1,5 Nette oder 2,5 Netto 3 Netto 4 Netto was auch immer du kannst aber nie sagen so diesen Monat mache ich mal 20 Netto und ich werde den ganzen Monat 18 Stunden ackern damit ich das schaffe das kannst du in den wenigsten Jobs tatsächlich tun genau deswegen ist es auch immer so gut ein Unternehmen zu haben dann Strategie Nummer 7 Insource deine Rente ich weiß ich bin gerade erst mal 21 und viele von euch werden jetzt sicherlich über mich lachen schmunzeln dass ich über die Rente rede ich kann aber wirklich nur sagen ich bin sogar schon so weit dass ich mit 21 über meine Rente nachdenke das hat einen sehr simplen Grund ich möchte nicht zu spät dran sein sehr viele Leute denken über die eigene Rente erst sehr spät nach und vor allen Dingen wir wissen es alle selbst in Deutschland gibt es immer mehr ja Armut während der Rente dass du also in Ruhestand bist und einfach arm bist wirklich arm bist wo Leute zusammenziehen gerade hier in Berlin sehe ich das immer wieder mit exorbitanten Mieten die übrigens noch gar nicht an den Levels von London oder wo auch immer dran sind aber wo schon ältere Leute in WGs zusammenziehen nur noch bei so ja Discounter Supermärkten einkaufen sich nie einen Urlaub leisten können sich vielleicht nie leisten können mal in ein Restaurant zu gehen und so weiter und so fort und ich denke mir mein Gott wie traurig ist das denn und genau deswegen versuche ich so hart wieder irgendwie möglich zu arbeiten im Alter jetzt schon von 21 und schon seit vielen vielen Jahren dass ich halt so eine exorbitant große Summe ansparen kann dass ich oder ja investieren kann sodass ich auch in meinem Alter genug Geld habe und genau deswegen sage ich insource deine Rente nämlich was die meisten Leute machen ist sie outsourcen ihre Rente sie investieren in 4-1-Ks Riester-Renten und so weiter schließen Riester-Renten ab und so weiter und so fort und in den meisten Fällen also du tust damit eigentlich nur eines du gibst dein Geld an andere Leute und vertraust denen dass sie dir ja das Geld auch eines Tages wieder zurückzahlen was ich sehr faszinierend finde ist gerade dass viele Rentenprogramme noch nicht mal Zinsen zahlen und ich denke mir ich gebe meinem Staat zum Beispiel gebe ich Geld der darf das verwenden und zahle nicht mal darauf Zinsen sogar in manchen Fällen negativen Zinsen das ist ja vollkommen vollkommen geisteskrank wer macht denn sowas und erstaunlich viele Leute ja investieren das möchte ich ja nicht Investment nennen zahlen in solche Fonds dann ein und gerade wenn man in solche Fonds einzahlt da muss ich mich doch fragen wie kann das sein dass ich jeden Monat jemandem Geld gebe dem Staat Geld gebe und ich erhalte noch nicht mal Zinsen kommen nicht an mein Geld ran und erhalte Negativzinsen das heißt ich verliere sogar Geld also das geht nicht in meinen Kopf rein und gerade auch diese Sache wie zum Beispiel wenn du bei einer Bank investierst oder so mein Finanzberater wird mir schon keine schlechten Investments vorschlagen damit hört sich vielleicht an als würde man seine Rente insourcen dass man also praktisch selbst Investments tätigt aber was der Finanzberater ja für einen macht ist zu investieren oder zumindest Beratung zu geben wo ich mir denke okay dann tust du ja auch schon wieder was dann outsourcest du deine Rente das ist wirklich nicht gut versuche deine Rente zu insourcen versuche selbst Investments zu tätigen Wohnungen zu kaufen in Immobilien zu investieren in Agrarprojekte zu investieren Aktienportfolios zu haben Unternehmen zu kaufen und so weiter und so fort das dauert zwar lange und es dauert auch es kostet viel Geld solche Dinge zu tun aber wenn du es einmal getan hast hast du für immer Freiheit und bist vor allen Dingen an niemanden gebunden und das ist die diese Freiheit die ich persönlich immer sehr anstrebe genau dann der nächste Punkt die nächste Strategie Strategie Nummer 8 besitze Unternehmen das ist eine Sache wo ich noch besser werden muss ich bin derzeit wie gesagt dabei mehrere Unternehmen mich an denen zu beteiligen das heißt nicht die Unternehmen wirklich zu kaufen das heißt das Gesamtunternehmen zu kaufen beziehungsweise mindestens 50% sondern eher dass ich zum Beispiel 10% vom Unternehmen kaufe dafür sagen wir 10, 20, 30.000 gebe oder halt ja noch mehr Prozente auch zu kaufen zum Beispiel bei dem Wasabi Unternehmen bin ich ein sehr sehr kleiner ja habe ich sehr sehr wenig Geld tatsächlich oder nicht sehr sehr wenig Geld aber ich habe eine sehr geringe mir gehört relativ wenig von diesem Unternehmen das Gute ist das Erste was ich gemacht habe ich habe eine Hypothek diesem Unternehmen gegeben und habe dann nochmal daraufhin eine Unternehmensbeteiligung am zugewonnenen Wert wenn dem so sein sollte und das Gute daran ist einfach folgendes dass ich halt A auf jeden Fall meine Zinsen bekomme aber danach auch ein Teil mir von diesem Unternehmen gehört weil es halt mit der Zeit gewachsen ist aber wie auch immer Besitzunternehmen ist eine Sache wo ich noch besser werden muss nämlich ich will vor allen Dingen auch mehr von meinen Unternehmen outsourcen das ist definitiv noch ein Punkt wo ich mich unbedingt verbessern muss weil gute Unternehmer die sind nicht 24-7 am Arbeiten so wie ich es derzeit noch bin sondern die sind vielleicht auch 24-7 am Arbeiten aber arbeiten nicht unbedingt an jedem Unternehmen das ihnen gehört das Wichtige ist einfach Unternehmen zu kaufen beziehungsweise Unternehmen zu gründen die man outsourcen kann die andere Leute dann für einen leiten können kommen wir dann zu Strategie Nummer 9 denke in Risikoklassen wie hoch zum Beispiel ist das Risiko für jedes Investment wie viel Geld kann ich verlieren und wie viel Geld kann ich hinzugewinnen da würde ich mir mal eine prozentuale und absolute Down und Upside mal so grob anschauen nämlich wie viel Geld kann ich gewinnen also wie viel Geld kann ich wie gesagt hinzuverdienen wie viel Geld kann ich verlieren zum Beispiel bei vielen Aktien hat man ja so ein Risiko ich weiß jetzt nicht genau auch Risikoklassen bei einer Bank ich glaube es sind bei meisten Banken drei oder fünf können nämlich wie gesagt auch irren wo man dann zum Beispiel sagt okay so ein Investment könnte plus minus 25% in allem hier machen oder plus minus 5% oder plus minus 50% oder es ist möglich das gesamte Geld zu verlieren all solche Dinge würde ich mir praktisch mal aufschreiben und würde vor allen Dingen aber auch eines beachten nämlich dass Risiko subjektiv ist nehmen wir zum Beispiel mal an man hat ein Unternehmen man baut ein Unternehmen auf was genau ist die Downside naja die Downside könnte die Privatinsolvenz sein das heißt dass du so viel Geld verlierst dass du in die private Insolvenz gehen musst wenn du halt ein Einzelunternehmen gründest oder bei einer GmbH oder UG dass du praktisch ja dass das Unternehmen insolvent geht das natürlich wäre die Downside was wäre die Upside die Upside und wir reden hier wirklich nur theoretisch die Upside wäre natürlich das ganze Geld der Welt also all das Geld was existiert was sagen wir mal vielleicht 100 Billionen sind oder so vielleicht sogar noch mehr sagen wir mal 100 Billionen das heißt du hast natürlich eine sehr sehr geringe Chance 100 Billionen Euro zu verdienen die Chance ist so gut wie Null die Sache ist aber du merkst die Upside ist sehr sehr viel größer als die Downside und das hört sich jetzt vielleicht auch etwas unrealistisch alles an aber wenn man es mal in realistischen Kontext packt wie wahrscheinlich ist es tatsächlich dass du in der Insolvenz landen wirst wenn du nicht Leute bescheißt wenn du gute Arbeit leistest wenn du ich sag jetzt mal in Unternehmensbereichen aufhältst die nicht besonders viel Risiko mit sich bringen dann ist es höchst unwahrscheinlich dass du tatsächlich jemals in der Insolvenz landen wirst wie wahrscheinlich ist es aber dass du zumindest 10, 20, 30, 50.000 im ersten Jahr machen wirst das ist in den meisten Fällen doch relativ realistisch und du kannst natürlich auch immer auf den Mauern die du baust weiter aufbauen das heißt irgendwann bist du dann vielleicht bei 100.000 bei 150.000 bei 200.000 und so weiter und so fort im Jahr und dann wie gesagt hast du Summen Geld verdient die genial sind und diese wie gesagt kannst du dann verwenden um Investments zu tätigen und dich selbst abzusichern das heißt rechne die immer die potenzielle Up und Downside aus das mache ich wie gesagt für jede unternehmerische Handlung und vor allen Dingen auch für jedes Investment und dann würde ich gerne mit euch nochmal über eine Sache sprechen viele von euch wissen dass ich ein ganz 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 großer Fan vom Sänger, Musiker, Schriftsteller und sogar tatsächlich Darsteller Nick Cave bin Nick Cave ist praktisch ein ja wie schon gesagt Musiker, Darsteller und so weiter und so fort auch Künstler der vor allen Dingen bekannt ist durch ja Nick Cave and the Bad Seeds und seine ehemalige oder vielleicht immer noch existierende man weiß es nicht genau seine Band Grinderman früher mal durch The Birthday Party und vor allen Dingen natürlich auch durch seine ganzen Lieder wie zum Beispiel ja das Lied mit Kylie Minogue Where the Wild Roses Grow und so weiter und so fort und auf jeden Fall Nick Cave ist für mich immer eine sehr sehr große Inspiration gewesen ich kann wirklich nur jeder Person als Tipp geben einfach mal sich ein bisschen über Nick Cave durchzulesen vielleicht auch mal ein bisschen Musik von ihm zu hören ich bin absolut verrückt nach ihm das hört sich jetzt kriegt das nicht in den falschen Hals keine Sorge ich bin das ist zwar nichts Schlimmes aber ich bin wie gesagt hetero aber wie gesagt Nick Cave ist eine Person die ich sehr sehr faszinierend finde einfach als Person und vor allem natürlich auch faszinierend finde ich sein Lebenswerk das was er bisher geschaffen hat im Alter von ich glaube 57 ist mehr als beeindruckend also ich glaube irgendwas um die vielleicht 40, 50 Alben dieses Jahr alleine hat er also 2018 hatte er ich glaube vier Alben rausgebracht also eins mit seiner Band Nick Cave in the Bad Seeds und drei Soundtrack Alben hat eine Oper geschrieben hat ein neues Buch geschrieben hat ein Stück aufgeführt hat ja eine Weltturnier gemacht hat was noch alles hat haufenweise Songs geschrieben also zwei Filme hat er produziert und all solche Dinge und das ist einfach eine Person die wirklich ein absurder Workaholic ist aber der dieses eine Lied geschrieben hat das ich persönlich sehr sehr faszinierend finde das ich sehr gerne höre weil es mich sehr motiviert und das ist jetzt nicht à la Eminem 8 Mile wo du dich oder Lose Yourself meine ich wo du dich mit heftigen Beats sag ich jetzt mal irgendwie selbst motivierst sondern das ist einfach ein Song den ich sehr inspirierend finde und wo mich vor allen Dingen die sag ich jetzt mal der Ton und die Stimmung und die eigentlichen Lyrics die eigentlichen Wörter sehr faszinieren nämlich ich würde es einfach mal vorlesen finde das sehr interessant und habe immer sehr viel Inspiration in diesem Lied gefunden nämlich ist das ist jetzt nicht der Anfang vom Lied ihr könnt es euch gerne mal anhören Nick Cave Push the Sky Away wo er praktisch sagt oder singt I got a feeling I can I just can't shake I got a feeling that just won't go away you've got it just keep it keep on pushing and keep on pushing and push the sky away und dann and if your friends think that you should do it different and if they think that you should do it the same you've got it just keep on pushing and keep on pushing and push the sky away und dann letzte nochmal if you feel you got everything you came from if you had everything and you don't want no more you've got it you just keep keep on pushing and keep on pushing and keep the sky away and push the sky away und die Sache die ich daran so interessant finde ist natürlich dass er sagt, obwohl, also in diesem Lied, obwohl du vielleicht schon genug hast, versuche einfach mal noch ein bisschen weiter zu pushen, weil du weißt nie, was hinter den Wolken ist und das ist so eine Sache, die ich immer sehr inspirierend fand, wo ich mir dachte, okay, auch wenn wie in der zweiten Strophe, auch wenn deine Freunde sagen, mach es anders, dass du deinen eigenen Weg gehst und dass du weiter versuchst, nach vorne zu pushen, auch wenn du vielleicht denkst, es ist genug, es reicht mir, probiere einfach mal zu schauen, was genau hinter den Wolken liegt, weil oft, oder sagen wir es mal so, hinter den Wolken ist immer Sonnenschein. Deswegen versuche, wie gesagt, immer weiter nach vorne zu pushen und schaue, dass du vielleicht mehr Geld verdienst, mehr Produkte erstellst und so weiter und so fort und das war immer so eine Sache oder ein Lied, das ich sehr, sehr gerne höre, das ich auch fast täglich um echt zu sein höre und das mich immer sehr inspiriert hat. Aber wie auch immer, dies waren nun die zehn unterschiedlichen Punkte, die ich sehr spannend finde, die ich euch auf jeden Fall mitgeben möchte, wenn ihr euer eigenes Unternehmen aufbauen möchtet, beziehungsweise einfach finanziell frei werden möchtet. Wenn ihr mit mir ein Coaching buchen möchtet, kann ich euch wirklich nur das 57 Einkommenströme Coaching vorschlagen. Da zeige ich dir wirklich, wie ich alle von meinen 57 Einkommenströmen aufgebaut habe. Das ist ein Online-Coaching, drei Stunden plus du hältst ein Coachingbuch und das Ganze kostet 429 Euro. Eine kurze E-Mail an meine private E-Mail, leomiusch.de, reicht vollkommen aus, um das Coaching zu buchen. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr das Coaching buchen würdet. Ich bin mir wirklich, wirklich sicher, dass dies das beste Coaching-Programm ist, das ich jemals entwickelt habe und nochmals danke an all die Leute, die jetzt dieses Video sich angeschaut haben. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, lasst sie einfach in der Kommentarsektion. Ich werde dann auch diese Fragen antworten und sonst würde es mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr auch diesen Kanal abonnieren könntet. Aber gut, vielen Dank, dass ihr euch dieses Video angeschaut habt und wir hören uns später in einem meiner anderen Videos. Im heutigen Tutorial würde ich euch gerne 15 Wege zeigen, wie ihr passives Einkommen online beziehungsweise offline verdienen könnt. Wenn ihr euch mit mir ein persönliches Coaching buchen möchtet, dann geht einfach in die Videobeschreibung. Dort könnt ihr auf den Link klicken und euch jederzeit ein Coaching mit mir buchen. Ich biete praktisch drei Pakete an. Ich denke mal, die sind nicht so ultra teuer, wie vielleicht andere Leute sie es machen würden. Du kannst dir praktisch das Basic-Paket für 99 Euro holen. Das ist praktisch eine halbe Stunde Coaching. 149 dann für das Premium-Paket. Das ist dann eine Stunde und das VIP-Coaching-Paket ist dann praktisch ein gesamter Tag, den du mit mir verbringen kannst. Wenn du dir also ein Coaching mit mir buchen möchtest, dann gehe einfach in die Videobeschreibung und klicke auf den Link und ich freue mich dann sehr auf deine E-Mail. Aber kommen wir zu den 15 Wegen, mit denen du passives Einkommen online verdienen kannst. Einige von diesen Wegen werden dich eine Summe schon kosten, um einsteigen zu können, aber andere von diesen Wegen werden dich wirklich 0 Euro kosten, um einzusteigen. Fangen wir zuallererst mal mit einem teuren Weg an, passives Einkommen zu generieren. Und das ist auch so eine Sache, die viele Leute vielleicht nicht unbedingt erwarten. Nämlich, ich könnte natürlich sagen, kauf dir ein Haus und vermiete das oder kauf dir eine Wohnung und vermiete die Wohnung. Das sind natürlich immer Wege, wie du passives Einkommen dir aufbauen kannst, aber wer hat denn schon mal, sagen wir mal 100.000, 150.000, 200.000 für eine Wohnung, damit du erstmal, sag ich jetzt mal, überhaupt passives Einkommen degenerierst und dann ist ja auch oft, sag ich jetzt mal, noch ein Problem, dass du möglicherweise, ja, eine Waschmaschine austauschen musst, weil mir die Waschmaschine von deinem Mieter kaputt ist oder möglicherweise musst du irgendwelche Rohre erneuern, was auch immer, weil du vielleicht nicht eine besonders gute Wohnung gekauft hast. Das kann immer ziemlich viel Geld kosten und es ist vor allen Dingen sehr viel Arbeit. Und um das Ganze zu lösen, kann man praktisch zwei Dinge tun. Du kannst zum einen natürlich keine Wohnung kaufen und dir zum Beispiel einen Parkplatz kaufen und diesen dann vermieten oder du machst folgendes, du investierst in einen sogenannten REIT. Wir können das ja mal eingeben. Ich denke, viele von euch haben bisher noch nicht von einem REIT gehört. Das ist praktisch eine REIT, ein Real Estate Investment Trust und praktisch ist ein REIT nicht mehr als ein Papier, in das du investieren kannst und die, und das hängt wie gesagt vom Land ab, aber die Leute, die praktisch dir dann diesen REIT verkaufen, sind per Gesetz zumindest in Deutschland dazu verpflichtet, 90% der Einnahmen an dich abzugeben. Das heißt, nehmen wir zum Beispiel an, du gibst jetzt Leuten dein Geld und diese Leute haben haufenweise Wohnungen bzw. kaufen von deinem Geld noch weitere Wohnungen, dann sind diese Leute verpflichtet, 90% der Einnahmen, die sie mit diesen Wohnungen generieren, an dich wieder auszuzahlen. Das wie gesagt ist in den meisten Ländern so. Hier sehen wir zum Beispiel, mal sehen, wie viel ist das, genau, hier pay a minimum of 90% of its taxable income in the form of shareholder dividends each year. Das wie gesagt zum Beispiel ist auch anscheinend so in den USA. Ich weiß, dass es auch in vielen asiatischen Ländern so ist und gerade jetzt zum Beispiel in Singapur ist das natürlich auch sehr interessant. Singapur REITs, gerade bei singapurianischen REITs, sag ich jetzt mal, wenn man das so nennen kann, dort kannst du noch richtig, richtig viel Geld verdienen. Da gibt es dann oft solche, sag ich mal, Dividendenraten von, sag ich jetzt mal, vielleicht 15%, 13%, 12% und das lohnt sich dann schon richtig. Derzeit gibt es 35 REITs in Singapur. Ich bin in mehrere von denen investiert und ich muss ehrlich sagen, ich habe in den meisten, ja, eine Dividende von ungefähr 10%. Hier sehen wir auch zum Beispiel, hier haben wir größere REITs, die haben dann Dividende von 8,4%, 7,7%, 6,27%, 6,03% und es gibt noch andere REITs, wenn man ein bisschen, sag ich mal genauer hinschaut, die jetzt nicht besonders groß sind, wie zum Beispiel dieser Soybuild REIT, der hat bestimmt viele 100 Millionen unter dem Gürtel. Es gibt natürlich auch viele kleinere REITs, die dann auch gerne mal 10 plus zahlen. Ich bin übrigens hier in den Ascot Residence Trust bin ich auch mit rein investiert und die Yield, ja, müsste wie gesagt hinkommen 6,27% letztes Jahr. Aber nehmen wir jetzt einfach mal an, du möchtest unbedingt etwas haben, was dir wirklich gehört. Also du willst wirklich in etwas investieren, was dann dir gehört, wo du hingehen kannst und sagen kannst, so, das ist meins. Dann kannst du natürlich in einen Parkplatz investieren und viele von euch, wenn sie jetzt denken, was macht das denn für einen Sinn, einen Parkplatz kaufen, das ist doch nur ein bisschen Beton praktisch, was du da kaufst. Und du hast schon recht, aber es macht Sinn von finanzieller Seite. Nämlich ein Parkplatz kann dir wirklich gutes Geld einbringen. Viele Leute, gerade hier in Berlin Mitte, zahlen mehrere hundert Euro im Monat für einen Parkplatz. Und wenn du dir jetzt denkst, ja, das hört sich ja ziemlich gut an, aber mit einer Wohnung mache ich doch viel mehr. Das Gute bei einem Parkplatz ist, was genau musst du denn da noch renovieren? Zum Beispiel nehmen wir an, bei einer Wohnung geht die Waschmaschine kaputt, kannst du gerne mal ein paar hundert Euro hinlegen. Vielleicht bricht auch mal ein Rohr, es gibt irgendwie einen Schaden und die Wohnung steht unter Wasser. Ja super, kannst du ein paar tausend hinlegen. Aber was soll mit einem Parkplatz passieren? Das einzige, was vielleicht passieren könnte, ist, dass, sag ich jetzt mal, ein Rohr unter der Straße kaputt geht und der Parkplatz weggesprengt ist. Aber wie wahrscheinlich A ist das? Und zum anderen natürlich auch, wie viel Schaden kann das anrichten? Sagen wir es mal so, wenn das Rohr platzt zum Beispiel, dann glaube ich, ist das auch ein Problem des Landes Berlin. Du hast ja praktisch nicht das Rohr unter dem Parkplatz gekauft, sondern nur den Parkplatz. Und vor allen Dingen, und ich glaube, das ist noch viel wichtiger, die Leute, die zum Beispiel dann sich deinen Parkplatz mieten. Die können dann natürlich nicht, sag ich jetzt mal, auf diesem Parkplatz weiterhin stehen, vielleicht für ein paar Tage, ein paar Wochen. Aber es ist nicht so schlimm wie eine Person, die dann da nicht mehr leben kann. Das heißt, nehmen wir zum Beispiel mal an, und das, wie gesagt, hängt ja mit dem Vertrag zusammen. Nehmen wir an, du vermietest eine Wohnung und die Wohnung steht komplett unter Wasser und ist nicht bewohnbar, obwohl Leute, ja, per Vertrag eigentlich, sag ich jetzt mal, in dieser Wohnung leben dürfen oder leben sollten und sie können es einfach nicht. Da müsste man echt mal schauen, was du da machen musst. Ob du zum Beispiel Leute, sag ich jetzt mal, in der Zeit ein Hotel einquartieren musst, was auch immer, bei dem Parkplatz ist das nicht so das Riesenproblem. Und das kann man vertraglich auch meist ganz gut regeln. Hier sehen wir zum Beispiel, hier haben wir Tiefgaragen-Stellplatz nahe Nollendorfplatz zum Beispiel, 35.000, den hier 19.900, nie mehr Parken suchen, 20.000 und zum Beispiel einen, den ich sehr attraktiv finde, ist der hier direkt in der Chausseestraße für 45.000 Euro. Für all die Leute, die die Chausseestraße hier in Berlin nicht kennen, es ist halt, es ist, ja, absoluter Hotspot. Es ist direkt in Berlin-Mitte, da zahlen Leute manchmal mehrere hundert Euro pro Monat, nur um sich so einen Parkplatz zu mieten. Und nehmen wir zum Beispiel mal an, sie zahlen dir 300 Euro im Monat, dann sind das 3.600 Euro pro Jahr. Klar, musst du noch versteuern, hast du aber ungefähr dein Geld in 10 Jahren, 15 Jahren raus. Das hast du auch in vielen Fällen mit einer Wohnung so. Klar, viele von euch werden jetzt sagen, aber ich habe eine höhere Rendite bei einer Wohnung. Aber das Gute, wie gesagt, ist hier, dass du auch einfach nicht reparieren musst in den meisten Fällen. Der Parkplatz geht nicht kaputt. Es gibt in meisten Fällen immer Demand für einen Parkplatz. Das heißt, es gibt immer Leute, die einen Parkplatz brauchen. Und vor allen Dingen kannst du, wie gesagt, hier auch meist sehr den Preis bestimmen, weil du musst dich jetzt nicht unbedingt an zum Beispiel die Wohnung halten, die jetzt zum Beispiel nehmen wir, du hast eine Wohnung und alle Leute vermieten die Wohnung für 1.000 und du sagst, ich will 1.500, dann will natürlich keiner bei dir die Wohnung mieten. Aber wenn du zum Beispiel jetzt einen Parkplatz hast und die anderen drumherum wurden von Leuten gekauft und werden nicht vermietet, dann hast du einen einzelnen Parkplatz und kaum Konkurrenz und kannst praktisch jeden Preis, den du möchtest, aufrufen, den eine Person zahlen wird. Und hier zum Beispiel in der Chausseestraße, das ist absolut Gold wert, wenn du da einen Parkplatz hast. Und wenn ich das Angebot sehe, ich überlege tatsächlich auch selbst mal, mir einen Parkplatz zu kaufen, nicht um ihn selbst zu benutzen, sondern einfach um diesen Parkplatz zu vermieten. Und 45.000 Euro ist jetzt wie gesagt für mich persönlich jetzt nicht so das Problem. Aber gut, hier kannst du wie gesagt hier haufenweise unterschiedliche Parkplätze anschauen. Manche sind sehr günstig, manche sind sehr teuer. Wir sehen hier manche kosten gerade mal 20.000 Euro, wenn man das gerade so sagen kann, sage ich jetzt mal. Andere kosten 55.000, 115.000, 29.000 und da ist zum Beispiel so ein Angebot wie der Parkplatz hier von der Chausseestraße, das ist schon doch sehr, sehr günstig, hier einen für 45.000 Euro zu kaufen. Und ich glaube, wir hatten gesehen, 5 Quadratmeter war der Länge 5 Meter, Breite 2,5, also was sind das, 12,5 Quadratmeter praktisch. Also wirklich, das ist schon ein relativ großer Parkplatz und dann für doch relativ kleines Geld in einer sehr, sehr guten Location. Gut, kommen wir dann aber zum nächsten Weg, wie du Geld online verdienen kannst, wie du passiv verdienen kannst. Und ein Weg ist natürlich hier auf jeden Fall Smarva. Ich denke, viele von euch haben schon mal von Smarva gehört, vielleicht habt ihr schon mal die Werbung gesehen und wir sehen hier, in den meisten Fällen kriegst du bis zu 10% Rendite auf deinen Investments. Und du kannst praktisch noch 250 Euro anlegen, bis zu 10% Rendite generieren und du kannst hier den Zins dir anschauen und hier sehen wir zum Beispiel, okay, für dieses Projekt gibt es einen Zinssatz von 5,4%, 7,8, 6,3, 7,5, 9,5. Zum Beispiel hier, Angestellter sucht einen Kredit. Hier sieht man natürlich auch schon, okay, der wurde finanziert und wenn ich jetzt mehr über den Kredit wissen möchte, dann klicke ich einfach auf diesen Kredit drauf. Ich glaube, man muss sich anmelden, müssen wir mal schauen. Ne, tatsächlich, man kann etwas noch über diesen Kredit lernen und wir sehen hier, okay, die Kreditsumme ist 10.000 Euro, der Zinssatz 7,5%, Laufzeit sind 84 Monate, das heißt jährlich 7,5%. Nehmen wir an, du würdest jetzt die 10.000 investieren, das wären dann pro Jahr 7,5%, 750 Euro und das wie gesagt über, ja was sind das, sieben Jahre praktisch, das sind, wie viel Geld ist das? Das sind 5.250, wenn ich mich nicht irre, das heißt du würdest praktisch auf 10.000 Euro würdest du 5.250 über sieben Jahre bekommen, das heißt ein bisschen mehr als 50%, also 52,5% auf 84 Monate und das ist halt wirklich, wirklich ordentlich. Wir sehen hier, dass sich haufenweise Leute an diesem Kredit beteiligt haben, die meisten mit einer relativ kleinen Summe, 250, vielleicht 500 Euro mal, 750 Euro, 1.000 Euro und dadurch wurde dann halt dieser Kredit hier finanziert von 10.000 Euro. Und es handelt sich also hierbei um Kreditprojekte, wir sehen, es gibt unterschiedliche Zinssätze, klar musst du auch ein bisschen analysieren und ich glaube, das kriegst du dann innerhalb von Smarva, musst du mal ein bisschen dir anschauen, was sind das eigentlich für Leute? Macht es Sinn überhaupt in diesen bestimmten Kredit zu investieren? Sollte ich den Leuten Geld geben? Und ich sag jetzt mal, nehmen wir mal an, du hast 100.000 Euro auf dem Konto, wo viele von euch jetzt sagen, oh das habe ich sicherlich nicht, das ist viel zu viel, aber nehmen wir das einfach mal an, du hast 100.000 Euro und du würdest das richtig schön differenzieren, würdest das möglichst stark streuen. Und würdest sagen, okay, ich habe haufenweise Investments, in die ich investieren möchte, ich habe sagen wir mal 100.000 Euro und ich würde gerne, sagen wir mal 5.000 Euro davon vielleicht in Peer-to-Peer-Kredite reinstecken, dann haben wir nochmal 2.000, die ich explizit in Smarva reinstecke, dann habe ich nochmal 10.000, die ich vielleicht in, sagen wir mal 45.000 in Parkplatz reinstecke, das heißt, du versuchst deine Investments möglicherweise zu streuen, dann bei 100.000 Euro, sagen wir mal, du kriegst im Durchschnitt 5 bis 7 Prozent Rendite, dann hast du schon mal 7.000 Euro praktisch für den Rest deines Lebens, den du jedes Jahr damit generierst oder 5.000 Euro. Das heißt, wenn du das, wenn du, sag ich jetzt mal, diese 100.000 viermal verdienen würdest, ich weiß, 400.000 Euro hört sich für viele wie sehr, sehr viel Geld an, aber nehmen wir jetzt zum Beispiel an, ihr würdet wirklich 400.000 Euro haben, würdet immer 5 bis 7 Prozent drauf bekommen, könnt ihr praktisch schon von den Zinsen leben, wenn ihr halt in einem Land lebt, wo die Kapitalsteuer geringer ist zum Beispiel als in Deutschland, wo wir eine Kapitalsteuer von 25 Prozent haben, außer jetzt, du verdienst weniger als einen bestimmten Betrag, also wenn praktisch deine normale Steuer unter 25 Prozent fällt, dann, wie gesagt, wird die Kapitalsteuer deinen normalen Steuersatz angeglichen. Nehmen wir zum Beispiel an, du hast einen regulären Steuersatz von 15 Prozent, aber Kapitalsteuer ist 25 Prozent, da würde praktisch deine Kapitalsteuer angeglichen werden auf den regulären Steuersatz, in dem Fall, wie gesagt, 15 Prozent. Aber gut, Smarber, wie gesagt, ist, denke ich mal, auch eine Plattform, der man vertrauen kann, ist eine, sage ich jetzt mal, sehr bewährte Plattform, ist anscheinend auch TÜV geprüft, weiß nicht genau, was man davon halten soll, weil es praktisch nur um den Datenschutz geht, dann hier Testsieger für Online-Kreditportale im Euro und so weiter und so fort, könnte man sich, wie gesagt, anschauen. Das eine, was ich natürlich auch ganz interessant fand, ist hier diese Absicherung gegen Kreditausfall, also hier Sicherheit ihres Geldes bei Kredit privat. Die Sicherheit ihres Geldes ist uns besonders wichtig. Zur Sicherung ihres Geldes haben wir hier aufgeführten Mechanismen entwickelt und hier, wie gesagt, zum Beispiel, wir prüfen alle Kredit privat Kreditnehmer von Kredit vor Kreditvergabe auf ihre Identität und Bonität, dann wir ergreifen Maßnahmen bei Zahlungsverzug und Ausfall des Kreditnehmers eines Kredits von Kredit privat, dann ihr Kapitalensatz ist durch Anlegerpools abgesichert und dann ihr freies Guthaben bei der Bank ist von der gesetzlichen Einlagensicherung abgesichert. Also, wie gesagt, das ist schon mal ganz gut. Klar, sagen jetzt auch bekannt aus Sternen, NTV, ZDF, Wieso, der Spiegel, RTL, ich glaube, über die ganzen unterschiedlichen Wege haben sie halt Werbung geschaltet und ja, naja, gut. Ihr müsst euch, wie gesagt, diese Plattform anschauen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass Mava super ist und ihr unbedingt euer ganzes Geld da reinschmeißen solltet. Solltet ganz im Gegenteil, man versucht immer möglichst weit und gut zu streuen. Es scheint aber eine ganz gute Plattform zu sein. Wenn ihr noch mehr Fragen habt, dann ruft einfach mal diese telefonische Beratung hier oben an. Dann kommen wir noch zu einem Punkt, der, denke ich mal, relativ interessant für viele von euch ist, nämlich ein existierendes Unternehmen kaufen. Im Sinne von, du kaufst praktisch einen Shop, der richtig viel Geld abwirft. Ein Shopify-Store meines Erachtens ist einer der besten Wege, wie du gutes Geld online verdienen kannst, ohne, sage ich jetzt mal, dass du wirklich extrem viel Arbeit investieren musst in den Aufbau von einem Shop, Skalierung, Marketing und so weiter und so fort. Das Gute an diesem Shopify-Exchange und du kannst gerne auf diesen Exchange gehen, indem du auf exchangemarketplace.com klickst. In diesem Exchange kannst du dir haufenweise Shops anschauen, die wirklich Geld machen, die gutes Geld verdienen und du kannst, wie gesagt, diese kaufen für einen bestimmten Preis und anschließend dann hast du die Möglichkeit, diesen Shop weiterzuführen und das Geld, das dieser Shop verdient, dir einzusacken. Ihr müsst bloß auf eine Sache achten. Mal sehen, ob ich hier so einen Shop finde. Genau, schauen wir mal. Es gibt natürlich haufenweise Shops, der hier ist zum Beispiel ganz gut. Es gibt natürlich haufenweise Shops, die relativ schnell skaliert wurden, wo man zum Beispiel gesagt hat, okay, wir investieren haufenweise Geld rein, wir machen richtig schön Marketing für das Ding und dann sind auf einmal die Sales eingebrochen. Wenn man sich das bei der Performance mal anschaut, dann sieht man folgendes natürlich, der Shop hat erstmal richtig gutes Geld gemacht, 960, dann hoch auf 10.023 bis hoch auf 13.698 und jetzt ist er wieder unten bei 166 Euro pro Monat. Der kostet zwar auch nur 3.500 Euro, man müsste aber wie gesagt immer schauen, wie gut rankt denn zum Beispiel der Shop? Macht der denn wirklich organisch schon mal gut Sales oder muss ich da noch haufenweise Geld in Ads investieren? Ist möglicherweise dieser Shop überhaupt nicht profitabel und die Leute haben einfach wie gesagt viel Geld investiert, es hat aber irgendwie nichts gebracht. Das wie gesagt muss man sich hier anschauen und da muss man gut differenzieren zwischen einem, sag ich jetzt mal, interessanten Shop und einem vielleicht einfach nur hochgepushten Shop, der möglicherweise sonst, sag ich jetzt mal, nicht besonders viel Geld macht und nicht viel Geld wert ist und auch kein Geld macht. Dann ein weiterer Weg, wie du richtig gutes Geld verdienen kannst, ist mit Camper vermieten und du wirst jetzt vielleicht denken, okay, was soll denn das? Zum einen, ich habe keinen Camper und zum anderen natürlich, wie oder wo kann ich den vermieten? Das Interessante bei einem Camper ist, dass es praktisch ja eine rollende Wohnung ist. Es ist natürlich nicht so groß wie eine Wohnung, aber es kann schon sehr, sehr hilfreich sein, wenn man durch die Länder tingelt und einfach einen Weg braucht, nicht unbedingt jedes Mal in ein Hotel absteigen zu müssen, sondern vielleicht auch im eigenen Auto schlafen zu können. Und da, wie gesagt, gibt es die Möglichkeit, über paulcamper.de deine Campingwagen zu vermieten und du kannst mit deinen Campingwagen bis zu 20.000 Euro pro Jahr an Einnahmen generieren. Und das Schöne ist hier auch, bis zu 20.000 Einnahmen pro Jahr sorgenfrei vermieten durch Vermieterversicherung und eine zuverlässige und große Mieter-Community und zum Beispiel, wenn ich jetzt hier so einen, sag ich jetzt mal, Campingbus habe, kann ich hier jederzeit vermieten, so einen Kastenwagen, Alkoben, Teile integriert, integriert, Wohnwagen und sonstige. Das kann ich, wie gesagt, alles hier direkt über die Plattform vermieten und die meisten Leute zahlen sogar richtig gut. Das heißt, manche Leute zahlen einige 100 pro Monat, andere zahlen einige tausend. Und wenn du jetzt zum Beispiel auf so eine Plattform gehst wie Autoscout24 oder andere Plattformen, wo du praktisch dir Autos kaufen kannst, da kannst du auch jederzeit dir einen ordentlichen Wohnwagen kaufen. Und nehmen wir zum Beispiel jetzt mal an, du kaufst einen Wohnwagen, der richtig ordentlich ist, der vielleicht, sagen wir mal, 40.000 Euro kostet, ein wirklich guter, natürlich auch gerne gebraucht, dann kannst du den hier auch direkt über paulcamper vermieten und kannst damit dann dir im Jahr, sagen wir mal, 10.000, 15.000 Euro generieren und hast damit praktisch eine Rendite von ca. 30% pro Jahr bei einem Objekt, das sich gerade mal 40.000 kostet. Und das Gute, wie gesagt, ist, das Ganze ist vermietet durch den Versicherer. Und eine, oder ist versichert durch den Vermieter, so rum. Dann eine weitere Plattform, die ich dir auch sehr empfehlen kann, ist natürlich Udemy.com. Udemy ist eine Plattform, wo du Online-Kurse anbieten kannst. Diese Kurse werden zum Teil von Udemy promotet. Du kannst sie natürlich aber auch selbst promoten. Viele von euch haben sich auch schon mal für meine Kurse eingeschrieben, beziehungsweise haben die schon mal gesehen. Mal sehen, hier zum Beispiel auf der ersten Seite haben wir gleich Top-Kurse zum Thema Social Media Marketing. Da ist meiner derzeit auf Nummer 2. Und wenn ich jetzt hier so ein bisschen rumscrolle, sehen wir natürlich auch Top-Kurse zum Thema Deutsch. Da ist natürlich der Janis Ehmann sehr erfolgreich. Janis, wenn du dir dieses Video anschaust, ich habe großen Respekt für deine Kurse. Und dann natürlich auch noch so andere sehr gute Dozenten, Vlasjav, Yachchenko, den ich auch für absolut großartig halte. Und genau, wie gesagt, hat haufenweise Kurse zu allen möglichen Themen. Und wenn du jetzt zum Beispiel hier auf meine Kurse drauf gehst, dann siehst du schon, ich habe relativ viele Kurse bisher veröffentlicht. Mit diesem Profil bisher von 40 Kurse. Davon, wie gesagt, habe ich auch einige, sind als Bestseller ausgezeichnet worden. Zum Beispiel hier mein Kryptowährung, Meisterkurs, 10,5 Stunden, 104 Lektionen. Und der kostet gerade mal 11,99. In den meisten Fällen wird dafür irgendwas zwischen 9,99 und 9,99 angeboten. Und wenn dann natürlich 1000 Leute so einen Kurs kaufen, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Dann natürlich hier unten zum Beispiel der Facebook Werbeanzeigenmeisterkurs, der 11,5 Stunden lang ist, 93 Lektionen. Auch meines Erachtens ein super Kurs, ist auch ein Bestseller. Und dann noch andere Kurse. Zum Beispiel dieser hier ist zwar kein Bestseller, hat aber dennoch extrem viele Bewertungen, extrem viele Leute haben diesen Kurs gekauft. Und insgesamt, wie gesagt, 163 Bewertungen, 7,5 Stunden Content, 91 Lektionen. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich möchte jetzt ungern meine Einnahmen hier über Udemy zeigen. Viele von euch haben es bestimmt schon mal in einem von meinen anderen Videos gesehen. Aber wie gesagt, du kannst sehr, sehr gutes Geld über Udemy verdienen. Und ich kann dir nur als Tipp geben, wirklich auf Udemy zu publizieren, weil zum einen die Plattform genial ist. Ich mag die Leute hinter der Plattform sehr gerne, weil man wirklich das Gefühl hat als ein Dozent, dass man ernst genommen wird, dass man wahrgenommen wird auch von der Plattform und dass man hier wirklich einen fairen Deal bekommt. Und Udemy an sich, wie gesagt, kann ich euch nur empfehlen. Tolle Firma, tolle Kurse auch auf der Plattform. Und es ist einfach ein toller Ort, sage ich jetzt mal, deine Kurse zu veröffentlichen. Und du siehst, wie gesagt, wenn du dich jetzt hier mal so ein bisschen durchscrollst, dass ihr auch mehr Bestseller habt. Zum Beispiel der Shopify-Meisterkurs, 307 Bewertungen, der Online-Teaching-Masterclass, 5 Kurse in einem, 6,5 Stunden, Verkaufen leicht gemacht, 19 Stunden, 148 Lektionen, auch im Bestseller. Und ja, du hast hier übrigens auch nochmal eine kostenfreie Version von diesem Kurs, wo du dir 2 Stunden umsonst vom Kurs anschauen kannst. Und wenn es dir gefällt, kannst du dich dann den Shopify-Kurs einschreiben, den Meisterkurs. Ist für mich, wie gesagt, ein großartiger Weg, einfach online Geld zu verdienen, ohne, sage ich jetzt mal, dass ich ultra viel Marketing machen muss. Es geht einfach nur darum, die Plattform möglichst gut zu verstehen und dann auf Basis von diesem Verständnis, die richtigen Kurse zu produzieren. Und das bringe ich übrigens auch bei in meinem Accelerator-Programm, für das ihr euch auch jederzeit einschreiben könnt. Ich öffne es wieder im Dezember, dann mit einem neuen Programm. Ihr könnt alle Infos über dieses Accelerator-Programm online finden unter myteachinghero.com slash p slash accelerator oder geht wie gesagt einfach auf myteachinghero und klickt dann hier oben auf Accelerator und dort findet ihr alle möglichen Informationen zum Programm. Wichtig ist, dass diese Informationen hier nochmal geupdatet werden. Dies sind nicht die finalen Informationen. Ab Dezember wird das Programm geändert. Aber gut, kommen wir dann zu den nächsten Plattformen. Eine Plattform, die ich dir auf jeden Fall empfehlen kann, ist natürlich auch Skillshare. Skillshare ist auch eine Online-Kurs-Plattform, wo du deine Kurse anbieten kannst. Das Interessante im Gegensatz zu Udemy ist, dass du bei Skillshare jetzt, sage ich jetzt mal, nicht bezahlt wirst, indem eine Person deinen Kurs kauft, sondern du wirst bezahlt anhand der geschauten Minuten. Das heißt, wenn dein Kurs wirklich hohe Qualität hat und Leute mögen es gerne, sich deinen Kurs anzuschauen, dann kannst du mit deinem Kurs dadurch Geld verdienen, dass sie den Kurs schauen. Du erhältst für alle sogenannte Premium-Members, erhältst du eine bestimmte Summe pro Minute, die die schauen. In den meisten Fällen ist es irgendwas zwischen 4 und 6 Cent. Das heißt, nehmen wir zum Beispiel an, es werden 1000 Minuten am Tag von deinem Kurs-Content geschaut, dann wären das jetzt 40 Euro, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Genau. Das, wie gesagt, würde sich dann auch schon meines Erachtens ganz gut lohnen. Dann eine weitere Plattform oder drei weitere Plattformen, die ich euch nur empfehlen kann, wo ich selbst auch schon investiert habe, sind Green Rocket, Home Rocket und Line Rocket von Wolfgang Deutschmann und seinem Team. Ich kenne Wolfgang ein bisschen über Chats. In dieser Firma steckt auch Gerhard Höhern drin, der Investment Punk. Und ich kann nur sagen, dass ich diese Firma empfehlen kann, weil ich, wie gesagt, selbst schon investiert habe und auch schon bereits Auszahlungen erhalten habe. Wir sehen hier, die haben insgesamt bisher 29,73 Millionen Euro, sag ich jetzt mal, eingesammelt, haben praktisch so viel Geld geraced für Projekte, die hier über die Plattform finanziert werden. Und diese geben praktisch dann einen Hypothekenzins. Das heißt, du gibst ihnen praktisch eine Hypothek und sie zahlen dann darauf Zinsen. Gibst ihnen Geld und sie zahlen, wie gesagt, Zinsen. Insgesamt wurden bisher 2,83 Millionen Euro ausbezahlt. Ich habe hier in mehrere Projekte investiert. Ich habe seit längerer Zeit nicht mehr investiert. Ich habe in Python IQ investiert. Mal sehen, ob wir das hier noch irgendwo finden. Mal sehen. Anscheinend wird nicht mehr angezeigt, aber ihr könnt es gerne mal nachschauen. Python IQ hat insgesamt viele, viele 100.000 Euro eingesammelt. Gibt einen Zins, soweit ich weiß, von 5,5 Prozent. Damals war der Deal und ich habe da ganz gutes Geld rein investiert und kriege, wie gesagt, auch schon Geld von raus. Und 5,5 Prozent sind für mich definitiv akzeptabel. Und Green Rocket ist für mich auf jeden Fall nochmal eine Möglichkeit, mein Geld zu streuen. Ihr habt ja gesehen, dass ich gerade mal kurz angeschnitten hatte, dass es Green Rocket, Home Rocket und Lion Rocket gibt. Green Rocket ist praktisch für alle Projekte, die im Bereich grüne Technologien sind, wo es darum geht, die Welt grüner zu machen, die Umwelt zu schützen und nachhaltig, sage ich jetzt mal, zu arbeiten. Ich habe großen Gefallen an diesen Projekten gefunden. Nicht nur unbedingt, sage ich jetzt mal, um das Klima zu schützen, sondern zum anderen auch, weil ich mich für die Produkte interessiert habe. Ich habe zum Beispiel gesagt, okay, ich finde die Produkte interessant. Ich würde sie gerne auf dem Markt sehen. Cool, dass die auch noch gleichzeitig die Umwelt schützen, beziehungsweise einfach zum Beispiel dafür sorgen, dass weniger Wasser verschwendet wird. Und deswegen, wie gesagt, habe ich diesen Firmen ein Geld gegeben. Eine Firma, die ich wie gesagt unterstützt habe, ist diese Python IQ-Witz ausgesprochen, ist ein bisschen eigenartig wird es geschrieben. Die habe ich wie gesagt unterstützt, weil ich zum einen ein großer Fan von Wasabi bin. Ich liebe grundsätzlich Wasabi. Ich habe, wie ihr wisst, hier lange in Asien gelebt und bin grundsätzlich ein Fan von der, ja, von der Frucht Wasabi, von der Wasabi-Knolle und vor allen Dingen natürlich auch von der eigentlichen Anbaumethode, die hier diese Firma gezeigt hat. Nämlich, es ging darum, extrem viel Wasser zu sparen und die haben dann halt eine Methode entwickelt, so ein kleines Tröpfchen-System, das natürlich auch schon eingesetzt wird, aber das noch effektiver gemacht wurde, um halt möglichst viel vom Wasabi anzubauen und das möglichst effektiv anzubauen, ohne, sage ich jetzt mal, irre viel Wasser zu verschwenden. Und ich habe da praktisch investiert, damit sie sich zum einen mehr Land kaufen können, damit sie ihr Firmengebäude aufbauen können, damit sie Produktion starten können und ich fand ihren Businessplan auch sehr interessant und genau deswegen habe ich dann da eine stolze Summe investiert. Dann, eine weitere Plattform, die ich euch nur empfehlen kann, ist natürlich Home Rocket. Hier kannst du dich an Immobilienprojekten beteiligen und du kriegst halt hier auch nochmal Zinsen von 7, 7,5%, 6%, 7,5%, 6%, 7,5%, 6%, 6,5%, und so weiter und so fort. Und du kannst praktisch dich an diesen Unternehmen, sage ich jetzt mal, beteiligen, an diesen Projekten beteiligen. In den meisten Fällen handelt es sich hierbei um Nachrangdarlehen und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich will in diese Firma investieren oder in dieses Projekt investieren, was einen Zinssatz von 7% hat, was absolut gigantisch ist, dann gehst du hier einfach drauf, meldest dich an, liest dir einen Businessplan durch, schaust den Jahresabschluss vom letzten Jahr an und hier sehen wir zum Beispiel, das ist übrigens auch ein Projekt in Berlin, das heißt, ich kann hier auch vorbeigehen, kann mir das anschauen und sagen, okay, das gefällt mir oder das gefällt mir nicht und ich kann natürlich auch, wenn das Ding steht, vorbeigehen und mich mal vorstellen und sagen, haha, hier rein habe ich investiert und zum Teil wurde dieses Gebäude durch mich finanziert. Wir sehen also, deren Funding Limit ist 500.000 Euro, ich überlege sogar tatsächlich in dieses Projekt hier noch zu investieren. Mal sehen, ob ich es noch tun werde. Das Gute, wie gesagt, ist, dass du hier 7% Zinsen bekommst, das ist absolut gigantisch und gerade kannst du natürlich auch sowas ganz gut, ja, zu Promozwecken verwenden, zum Beispiel sagen, hier, schau doch mal, das ist eine Immobilie, in die ich mit investiert habe. Ob ihr daran interessiert seid oder nicht, das ist, wie gesagt, komplett euch überlassen. Und dann noch eine weitere Plattform, die ich absolut empfehlen kann, ist Lion Rocket. Hier kannst du bereits in etablierte Unternehmen investieren, das heißt Unternehmen, die wirklich schon seit Jahren existieren, die wirklich gutes Geld machen und die jetzt nicht irgendwelche Startups sind, wie zum Beispiel, oder wie es oft, sag ich jetzt mal, bei Green Rocket der Fall ist. Hier kriegst du in den meisten Fällen nicht ganz so hohe Zinsen. Hier haben wir meist so 6%, 5% mal 6,5%, aber eher relativ selten. Das Gute, wie gesagt, ist hieran, dass du einfach sehen kannst, okay, das sind Firmen, die bereits existieren, das sind Firmen, die haben bereits richtig gutes Geld gemacht. Ich weiß, dass die es können und da fühle ich mich natürlich auch als Investor definitiv sicherer. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier mir diese Firma angucke, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht mehr genau, ob ich jetzt in Pörneranlagenbau GmbH investiert habe oder nicht. Ich glaube, um echt zu sagen, nicht. Ich glaube, ich habe nicht investiert. Dann sehen wir, wie gesagt, deren Prozess ist schon abgeschlossen. 210.000 Euro wurde investiert. Das ist das 420-fache von, oder das ist 420% von dem, was hätte investiert werden sollen, minimal. Und ich fand das, glaube ich, damals ganz interessant. Habe zwar nicht investiert, hatte mir aber dennoch deren Businessplan, deren Jahresabschlüsse und so weiter und sofort durchgelesen und fand das gar nicht mal so schlecht. Mal sehen, wo die Firma hingeht. Man kriegt hier auch immer Updates, wo die Firma hingeht. Und das, wie gesagt, ist für mich auch nochmal eine ganz interessante Sache. Einfach zu schauen, okay, wo geht das hin? Hat sich mein Investment denn tatsächlich auch gelohnt? Dann, eine weitere Plattform, die ich euch empfehlen kann, ist natürlich Shutterstock. Viele von euch haben sicherlich schon mal Shutterstock gesehen, haben vielleicht schon mal die Plattform sich angeschaut, haben möglicherweise auch schon mal ein Produkt über Shutterstock gekauft. Also ich rede hier natürlich von irgendwelchen Videoclips, Musik, Bildern und so weiter und so fort. Und wenn ich immer so eine Plattform sehe, dann denke ich mir immer, okay, wie kann ich den Spieß umdrehen? Wie kann ich als, sage ich jetzt mal, kleine Person, die hier ihr Unternehmen hat, wie kann ich über diese Plattform Geld verdienen? Und das kann ich euch, wie gesagt, auch nur empfehlen, dass ihr euch einfach mal, ja, diese, so eine Art von Gedanken macht. Und Shutterstock kann ich, wie gesagt, auch wieder nur empfehlen, weil du mit den Bildern tatsächlich hier Geld verdienen kannst. Du kannst mit normalen Bildern, sage ich jetzt mal, im Durchschnitt circa drei bis vier Euro, denke ich mal, im Jahr machen. Manchmal ist es weniger, manchmal ist es mehr. Ich kann, wie gesagt, das Ganze nur empfehlen, weil natürlich, wenn du, sagen wir mal, 5000 Bilder machst, du natürlich auch damit dann, ja, gutes Geld machen kannst, obwohl du halt keinen Cent, sage ich jetzt mal, investiert hast, sondern das Einzige, was du wirklich gemacht hast, ist, du hast einfach, ja, ein paar Fotos gemacht, die hochgeladen und damit dann dir, wie gesagt, Geld verdient. Dann eine weitere Plattform, die ich natürlich auch empfehlen kann, ist jetzt hier Freepick. Freepick ist eine Plattform, die immer wieder nach Designern sucht und diese Plattform, wie gesagt, hat zum Beispiel die Möglichkeit, für dich Blogs zu schreiben. Du kannst ein Designinstructor werden, du kannst deine Produkte hochladen und erhältst dann eine, sage ich jetzt mal, einen Teil des Profites, die deine Produkte erwirtschaften, kannst als Fotografie arbeiten und deine Fotos hochladen. Da kann ich dir, wie gesagt, auch nur Freepick empfehlen. Wenn du zum Beispiel jetzt deine Fotos bereits auf Shutterstock drauf hast, würde ich es auch nochmal auf Freepick packen, um damit dann möglichst nochmal dein Geld zu optimieren oder deine Fotos zu optimieren. Und natürlich macht es auch Sinn, die auf mehrere Plattformen draufzupacken und nicht nur auf Freepick und nicht nur auf Shutterstock. Eine Sache, die hier vielleicht noch ein bisschen anders ist, ist natürlich, dass du hier auch einen Blog praktisch schreiben kannst für die Firma oder dass du einen Designinstructor werden kannst und Leuten zeigen kannst, die bei Freepick arbeiten, wie man dann zum Beispiel bestimmte Designs erstellt. Dann geht es natürlich auch ums Thema T-Shirts. T-Shirts können auch sehr profitabel sein, nämlich wenn du jetzt zum Beispiel über YouTube einen großen Kanal hast und darüber Merch verkaufst, macht das schon Sinn. Du kannst also praktisch dann T-Shirts direkt über Teespring erstellen, musst sie nicht selbst drucken lassen, sag ich jetzt mal, musst diese ganzen Designs nicht drucken lassen, kannst natürlich aber auch, wenn du jetzt auf Teespring oder so bist, kannst du das Ganze auch mal in den eigentlichen Marketplace hochladen und dann in diesem Marketplace kriegst du meist auch relativ viel organischen Traffic und die Leute, die dann über den Marketplace dein Design finden und das kaufen, das kann natürlich auch sich zu einem ordentlichen passiven Einkommen aufbauen, wenn du da genügend Designs hast. Dann noch eine weitere Plattform, die ich empfehlen kann, ist natürlich Merch bei Amazon. Merch bei Amazon ist praktisch dasselbe wie Teespring, bloß halt von Amazon. Es gibt hier noch haufenweise andere Plattformen, wie zum Beispiel Shirty, auf denen du alle deine Shirts verkaufen kannst. Auch zum Beispiel haben wir solche Plattformen wie zum Beispiel Redbubble, die da sehr profitabel ist und wenn du zum Beispiel T-Shirt-Designs erstellst, macht es natürlich Sinn, wenn du die nicht nur auf einer einzigen Plattform hochlädst, sondern auf mehreren Plattformen. Und dann kann ich euch natürlich auch noch empfehlen Prime Video Direct. Prime Video Direct ist ein großartiger Weg, wie du deine Online-Videokurse als auch Filme online verkaufen kannst. Dazu wie gesagt, geh einfach auf Prime Video Direct und lade deine Produkte hoch. Und vielleicht einen Weg, den ich hier nochmal vergessen habe und das ist dann der 17. Weg, wenn ich mich nicht irre, ist natürlich YouTube. Ihr werdet jetzt höchstwahrscheinlich dieses Video hier über YouTube sehen und ihr seht zum Beispiel jetzt bei meinem Kanal. Ich habe keinen besonders großen Kanal. Ich kriege auch meine Videos vielleicht mal 100 Klicks, 150 Klicks, was auch immer. Aber das Gute ist, dass die Klicks passiv passieren. Das heißt, die Klicks, die hier generiert werden, werden eigentlich nur durch die organische Reichweite von meinen Videos generiert. Das heißt zum Beispiel, ich kann zum einen natürlich durch die Klicks Geld generieren. Für 1000 Klicks erhalte ich circa 1,90 Euro. Oder, und das ist das Zweite, was ich immer mache, ich kann natürlich auch über diese YouTube-Videos Leute dazu bringen, zum Beispiel in meine Online-Akademie sich einzutragen oder möglicherweise bei mir ein Coaching zu buchen und so weiter und so fort. Und das erinnert mich natürlich wieder an eins, nämlich wenn ihr euch mit mir ein 1 zu 1 Coaching buchen möchtet, dann könnt ihr das jederzeit tun. Meine Coaching-Preise sind nicht die allerteuersten. Du kannst ein Basic-Programm dir für 99 Euro holen, das Premium für 149 Euro und das VIP für 699 Euro. Würde mich wirklich, wirklich freuen, euch in ein meiner Coachings wiederzunehmen zu können. Wenn ihr euch ein Coaching mit mir buchen wollt, dann geht einfach in die Videobeschreibung. Dort befindet sich der Link. Ich würde mich freuen und danke fürs Zuschauen.